Du weißt, dass du in der AfD bist, wenn House of Cards beginnt, zu langweilen. Dass es halt von links sehr, sehr schwierig ist, noch zu bestimmten Themen eine andere Position zu entwickeln oder sich hinzustellen, wenn dann schon die Rechten oder wenn dann schon die AfD eine entsprechende Position vertritt, dann ist man ja zwangsläufig direkt in einer absoluten Gegenposition dazu. Das erschwert natürlich auch von unserer Seite aus vernünftige Diskursfindung zu solchen Fragen. Bei absoluten, wirren Minderheitenpositionen kann man sich das erlauben, dass man sagt, ich möchte jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn wir von der AfD sprechen, dann sprechen wir nicht mehr von irgendwie einer kleinen Kameradschaft, von ein paar versprengten Leuten, dann sprechen wir von einer wirklichen Massenpartei. Am Ende des Tages, wenn sie an der Macht sind, wird es einfach einen neuen Parteienfilz geben, der dann halt nicht mehr schwarz, nicht mehr rot, nicht mehr grün, nicht mehr gelb, sondern halt blau ist. Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos. Das sagte Merkel am 19. Mai 2010 im Deutschen Bundestag. Und nach und nach schien vieles, was im Berliner Zentrum der Macht beschlossen wurde, immer alternativloser. Die Unterstützung der Ukraine gegen Russland seit 2014, die Corona-Politik mit ihren Freizeit-Lockdowns, Klimapolitik auf Kosten der Ärmsten und schließlich die direkte Konfrontation mit Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine 2022. Vor 100 Jahren hätten auch wir Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten in und außerhalb des Parlaments allerlei Antworten und Alternativen einen wirklichen Ausweg aufzeigen können. Hätte die AfD für anarchistische Föderation Deutschlands gestanden und während die sozialen Bewegungen nicht für Abschottung nach außen und eine Entfesselung des Marktes im Inneren auf die Straße gegangen, sondern für den Aufbau einer Welt, in der die Konkurrenz zwischen Staaten, Unternehmen und Menschen nicht mehr bestimmendes Prinzip ist. Doch heute steht das Kürzel-AfD für die wohl bedeutendste Oppositionskraft der BRD, die Alternative für Deutschland. Und ganz andere Utopien lassen die Menschen in tristen Plattenbauten, unsicheren, vergessenen Vierteln Westdeutschlands, Vorstädten der gehobenen Mittelschicht und den von den Städtern abfällig belächelten Dörfern wieder von einer befreiten Gesellschaft träumen. Diesmal aber einer, die nicht von Kapitalismus, kleingeistigem Nationalismus und Krieg befreit ist, sondern von Migranten, Globalisten, Genderwahn und grüner Ideologie. In der stattdessen zwischen Hecke und Carport, mittelständischem Unternehmen und Automobilkonzern endlich Landschaften blühen, die das einlösen, was uns von klein auf als German Dream verkauft wird. Doch düstere Wolken ziehen über dieser Dystopie der einen und der Utopie der anderen auf. Beinahe scheint es so, als wäre bald der Traum aus. Aufgrund von Massenprotesten gegen Rechts, Gesprächen über Verbotsverfahren der Partei und dem Entzug der Grundrechte für ihren beliebtesten Politiker. Doch auch die Partei und ihre Unterstützer formieren den Widerstand, beschwören sich selbst als letzte Hoffnung für Deutschland und von allen Seiten wirkt es so als Stunde der Endkampf kurz bevor. Ein viertes faschistisches Reich oder der Weg in den von Globalisten vorbereiteten Untergang. Schalten wir doch in dieser Zeit der Untergangsängste für diese Folge Eingang zurück und fragen uns, woher kommt diese Partei? Wie wurde sie so erfolgreich und was hat sie vor? Egal, ob du in den letzten Wochen gegen Rechts protestiert hast, schon lange gegen die AfD auf die Straße gegangen bist oder vielleicht sogar auf diese Folge gestoßen bist, weil du die AfD für die einzige wirkliche Alternative hältst, wir wollen darüber sprechen, warum diese Partei, die verspricht, das umzusetzen, was 16 Meter breit über den Säulen des Reichstages prangt, dem deutschen Volk ihre Politik zu widmen, nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Wir sprechen darüber, was diese Partei eigentlich unter Volk versteht, und warum dies nicht unbedingt mit dem Verständnis ihres rechtsradikalen Flügels zusammenpasst. Wie konnte die AfD von dem eingeengten Debattenhorizont um die großen Krisen profitieren? Wie konnte sie sich selbst in diesen Fragen als wichtigste Opposition mausern? Warum wählen gerade Arbeiter und Arbeitslose diese primär von Akademiker-Funktionären bestimmte Partei, welche für Sozialabbau und Steuererleichterung für Reiche steht? Wie steht es um den Konflikt von national-konservativen und Rechtsradikalen und warum grenzt sich inzwischen selbst Marine Dependent von der AfD ab? Schließlich, warum denken wir als Anarchisten und Sozialisten, dass diese Partei keine Alternative zum bestehenden System darstellt? Warum aber dieses System genauso wie viele Linke den Menschen keine gute Alternative zu ihr bieten können? Und was wir machen müssen, um zu beiden wieder eine wirkliche Alternative einer besseren Gesellschaft zu sein? Darüber sprechen wir in unserer 117. Folge über die AfD. In den letzten Wochen vor der Entstehung dieser Folge haben wir ja schon recht viel über die AfD gesprochen. Selten ging es um diese Partei ja so hoch her wie in der letzten Zeit. Wir haben seit der Enthüllung des Geheimtreffens, wo, wie ihr alle wisst, eine Konglomerage aus AfD, rechter Flügel der CDU, Nazis und Teilen einer reichen Elite, gab es ja wirklich nochmal eine ganz andere Qualität von Diskurs um diese Partei. Ist das erste Mal ja aufgekommen, dass es hier nicht nur um die sogenannte Brandmauerpolitik geht, wie sie von den bürgerlichen Parteien gegenüber der AfD verfolgt wird, sondern mehr noch jetzt sogar ein Verbot der AfD im Raum steht. Wir haben in diesem Kontext dieser Enthüllung Massendemonstrationen in Deutschland erlebt, so wie wir sie selten in der Bundesrepublik zu anderen Themen erlebt haben, von der Masse an Menschen, die daran teilgenommen haben. Wir haben einen breiten Schulterschluss der gesamten eigentlich übrigen Gesellschaft oder zumindest großen Teilen von dieser, die dies aber nicht der AfD angehört, erlebt. In diesem Kontext haben wir schon jetzt oft über die AfD geredet, aber wir haben nie wirklich tiefgehend über diese Partei gesprochen. Generell ist unser Eindruck, dass über diese Partei von links nur sehr marginal gesprochen wird, dass wir also immer wieder die gleichen Wiederholungen haben von den gleichen Zitaten, von diversen Reden des Schuldkults oder Schüsse an deutschen Grenzen, aber eine wirklich tiefgehende Auseinandersetzung auch von der radikalen Linken sehen wir mit der AfD so gut wie nie. Und wir halten das für einen sehr weitreichenden Fehler, weil uns das eben für unmöglich zu verstehen, was diese Partei eigentlich auszeichnet, wo sie sich selber sieht und wie wir das zu werten haben und wie wir dann wiederum eine vernünftige Gegenstrategie gegen die AfD finden können. Dies führt unserer Meinung nach dazu, dass die Linke sehr oft rat- und planlos gegen die AfD nur agiert und manchmal ein schädliches Treiben vollführt, je nachdem wie man da halt handelt. Und das gilt natürlich auch insbesondere über die Situation in Ostdeutschland, wo die AfD so große Erfolge erringt und wahrscheinlich in naher Zukunft noch erringen wird. Und deswegen wollen wir uns heute einmal wirklich intensiv mit der AfD auseinandersetzen und nicht nur oberflächlich auf sie schauen. Das soweit, damit ihr wisst, in welchem zeitlichen Rahmen das Ganze entstanden ist. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel die Folge in einem halben Jahr oder einem Jahr oder so hört, dann ist vielleicht die Situation ja schon wieder eine ganz andere, weil wir erleben ja wirklich rund um die AfD ein sehr dynamisches Szenario. Und in dem Sinne stelle ich euch einmal kurz vor, was die heutige Struktur sein wird, dieser Ausgabe. Wir werden beginnen mit der Geschichte der AfD, verschaffen uns da einen Überblick, wie sie entstanden ist, nehmen dann eine Definition des Rechtspopulismus vor, um anzugleichen, worüber wir überhaupt sprechen, werden uns dann sehr intensiv mit dem Programm der AfD und den einzelnen Oberpunkten, welche die AfD probiert zu prägen, auseinandersetzen. Sprechen dann über den rechten Flügel rund um Björn Höcke und im Speziellen seinen Ideen und seinen Vorstellungen. Dann werden wir im Anschluss über die widersprüchlichen Probleme der AfD sprechen, denen sie sich gegenüber sieht. Zuerst über die Diversität der Partei, die unterschiedlichen Positionen, die sich in ihr finden. Dann über das Phänomen, dass die AfD zu der ostdeutschen Volkspartei wird, aber dem entgegengestellt im Westen wenige Anhänge hat. Sprechen über die Konflikte innerhalb der Rechten sowie über das Verhältnis der anderen Parteien zur AfD. Zum Schluss werden wir noch darauf eingehen, was ein Plan gegen die AfD sein könnte. Und in dem Sinne würde ich sagen, ohne Umschweife steigen wir ein in die Geschichte der AfD. Ja, wo liegen die Wurzeln der AfD? Eigentlich kann man fast damit starten, was ich auch als ersten Satz dieser Folge in der Einleitung gesagt habe, mit den alternativlosen Griechenlandhilfen. Weil die AfD ist aus einer Krise entstanden und wie wir immer wieder sehen werden, auch durch unterschiedliche Krisen geprägt und geformt worden. Und die erste Krise, wie auch das Zitat schon gesagt hat, war die Euro-Krise. Das war eben nicht nur eine Krise, sondern das waren vielfältige Wirtschaftskrisen in europäischen Staaten mit sehr vielfältigen Gründen, die dazu geführt haben. Das war alles um die Zeit 2010 ungefähr rum, im Anschluss eigentlich an die große Finanzkrise und Wirtschaftskrise 2008. Ja, und verschiedene rechte Gruppierungen mischten sich zu dieser Zeit auch in die Diskussion dieser Krise stark ein. Es gab ja zum einen als Antwort auch eine sehr große linke Antiglobalisierungsbewegung, aber die rechten Kritiker in dieser Debatte fokussierten sich in ihrer Behandlung der Krise vor allem auf die Problematik, dass durch die gemeinsame Währung des Euro den Krisenstaaten zwei Mittel der Bewältigung der Krise fehlten. Nämlich einmal eine nationale Geldpolitik, also die Regulierung der Geldmenge und eine nationale Währungspolitik. So beispielsweise eine Abwertung der eigenen Währung gegenüber Auslandswährung, um Käufe der eigenen Waren durch ausländische Käufe attraktiver und Importe unattraktiver zu machen. Das sind eigentlich häufig klassische Mittel, wie so eine nationale Finanzwirtschaftskrise dann auch bewältigt werden kann. Und das ist natürlich durch eben die gemeinsame Währung vermöglicht worden. Diese Unmöglichkeit von nationalen Maßnahmen führten dann natürlich wiederum zu gesamteuropäischen Lösungen, wie den diversen vergünstigten Krediten durch die wirtschaftlich stärkeren EU-Länder, unter anderem Deutschland. Diese waren wirklich sehr umstritten. Ich denke mal, du erinnerst dich auch noch an diese ganze Diskussion darum. Die wurden als Geldgeschenke an die Pleite Griechen dargestellt, so ein Begriff, der sehr gerne von der Bild verwendet wurde. Da kann man auch mal direkt nochmal anmerken, dass es tatsächlich so ist, dass von 2010, wo es dann zu diesem Beschluss der Griechenlandhilfen kam, bis 2018 Deutschland an den Krediten an Griechenland 2,9 Milliarden Euro durch Zinsgewinne entgegen der damaligen Darstellung verdient hat. Klassiker. 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 Und dementsprechend haben diese dann stärker stattfindenden Migrationsbewegungen im Kontext der internationalen Krisen und Kriege, die ab einem gewissen Zeitpunkt dann wieder aufkamen, sehr stark dazu geführt, dass der Euro als zentrales Thema irgendwann abgelöst wurde und die Migrationsfrage in den Mittelpunkt der Debatte der AfD rückte. Ja und hier ist das eigentlich ähnlich wie mit der Diskussion rund um den Euro und der Kritik daran, dass es auch auf eine schon länger bestehende Diskussion und Debatte aufbauen konnte. Also in den 2000ern wurde ja wirklich sehr viel medial über den wachsenden Anteil von Muslimen an der deutschen Bevölkerung diskutiert. Es gab einmal eben eine starke Zuveränderung aus islamischen Ländern und die Neugründung und der wachsene Einfluss sowohl großer Moscheeverbände wie beispielsweise DITIB oder ATIB, aber auch einen steigenden Einfluss des medial sehr erfolgreich auftretenden islamischen Fundamentalismus in Deutschland. Auch unter anderem durch sehr erfolgreiche deutsche Konvertiten wie Pierre Vogel, Bernhard Falk oder Sven Lau. Das fing ja auch da wirklich dann an mit diesen Sachen wie Street Davas, Koranverteilung, ein Koran in jedem deutschen Haushalt. Das alles wurde gemeinsam als existenzbedrohende Islamisierung von Deutschland wahrgenommen. In dieser Debatte war dann auch gleichzeitig der damalige SPD-Latilo Sarrazin sehr einflussreich, welcher eigentlich sozialdarwinistische Thesen gegenüber der deutschen Arbeiterklasse. Er hat das ja auch immer so ein bisschen aufgebaut mit der wachsenden deutschen Unterschicht, die sich einfach viel schneller und stärker fortpflanzt, einfach widerlich diese Worte dafür zu überwenden, aber sich viel stärker fortpflanzt als die Akademiker, kombiniert dann mit rassistischen Positionen gegenüber Migranten, vor allem auch in Bezug auf Muslime. Diese Inhalte beeinflussten ja auch ein breites Publikum durch sein immens erfolgreiches Buch Deutschland schafft sich ab, das 2010 erschien und wirklich etliche Verkaufsrekorde brach. Das muss man sich ja auch immer vor Augen führen. Das wird ja manchmal ganz gerne mit eben 2013 Anfang der AfD, 2014, 15, 16 die große Migrations- und Asylkrise und dann kam das alles so. Aber dass wir 2010 wirklich einen Bestseller hatten, der eigentlich das, was wir heute als den rechtsradikalen, als rechtsradikale Position innerhalb der AfD bezeichnen würden, wirklich für ein riesiges Publikum in so einem Bestseller aufbereitet hat, das wird häufig vergessen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass es diese Zeit war, wo das erste Mal so sehr stark rechtsstehende Positionen im Bürgertum offen diskutiert wurden und breitere Verbreitungen erfahren haben. Also wo wirklich auch Positionen und Diskussionen, die man sonst halt eher so von der NPD kennt oder vergleichbaren. Ja, einfach auch bei uns zum Beispiel in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, dann in einem zentral gelegenen Restaurant in der Stadt halt debattiert wurden, ohne dass es dagegen jetzt relevante Proteste gab, weil okay, es ist immer noch Thilo Sarrazin als angesehene Persönlichkeit aus der SPD heraus sogar und noch nicht mal irgendwie von was weiß ich was, was es zu der Zeit ja auch gab, so pro NRW oder so. Und das muss man dann schon sehen, dass das das einfach salonfähig gemacht hat und diesen Boden bereitet hat, so wie du es auch gesagt hast. Ja, der war ja auch, glaube ich, wirklich bis 2020, meine ich, noch Mitglied der SPD, wurde ja auch erst ganz spät ausgeschlossen. Ja, diese Klassiker, wo du dann immer diese einzelnen unliebsamen Personen in der Partei hast, wo dann alle immer auch dann öffentlich sagen, so eigentlich will ihn hier keiner mehr, wie jetzt halt bei Wagenknecht oder bei jetzt hier bei... Schulter oder so. Ja, oder auch jetzt hier aktuell bei, wie heißt der? Maaßen, Hans-Georg Maaßen. Genau, der Typ. Aber du hast gerade auch ein gutes Stichwort gegeben, nämlich pro NRW als Kleinstpartei. Es kommt dann ja aber auch mit dem Krieg in Syrien und dem Irak, aber auch diversen anderen internationalen Krisen zu einer starken Migrations- und Fluchtbewegung nach Europa. Und zu dieser Zeit kam es dann ja auch zu langsam steigenden rechten Straßenmobilisierungen. Es gab schon länger ein bisschen so Anti-Islam-Kundgebungen gegen den Neubau von Moscheen. Ich glaube auch in Köln war das ja auch eine recht große Thematik mit der DITIB-Zentralmoschee in Deutschland. Proteste gegen Asylheime, die häufig sehr lokal geprägt waren und schließlich dann mit Pegida und den diversen Ablegern einen stetigen national vernetzten Islam- und migrationsfeindlichen Straßenprotest. Gleichzeitig fehlte es aber an funktionierender parlamentarischer Vertretung des Protestes auf der Straße. Die diversen rechten Kleinstparteien hatten ja wirklich bei Wahlen immer eigentlich einen ausbleibenden Erfolg. Also wir haben da ja sowas wie die Rechtsradikalen, aber nicht explizit neonazistischen Kleinstparteien gehabt, wie beispielsweise die Freiheit, die glaube ich echt wenige Leute kennen, oder die Pro-Parteien. Die konnten eben diesen Straßenprotest nicht in Wahlerfolg verwandeln und blieben meistens so unter zwei beziehungsweise ein Prozent. Also pro NRW hier bei uns und auch pro Köln waren ja eigentlich noch die einflussreichsten, die dann mal irgendwie 1,6 Prozent oder so erreicht haben. Und die haben ja wirklich auch teilweise richtig reingeschissen mit ihren angeblichen Großkundgebungen, die dann weiß ich auch noch, weil ich dann in den Gegenprotesten halt dabei war, wo die in Köln da eine Großdemonstration gegen die Islamisierung Deutschlands machen wollten und dann halt auf so einem riesigen Marktplatz mit angemieteter Bühne und allem standen, wo dann für tausende von Menschen angemeldet haben und dann standen halt echt so 15 Leute. Und es gab halt riesige Massenproteste gegen diese 15 Leute und die Leute und dann die, die noch 30 anderen oder so oder 100 anderen meines Mögens gewesen seien, die da noch hinwollten, wurden halt verhindert, dass sie da hinkommen und so. Also das war doch ein bisschen eine andere Zeit damals. Ja, die haben ja auch wirklich immer diese nicht sonderlich populäre Konfrontation mit Islamisten aufgesucht. Ich kann mich daran erinnern, dass sie immer so, ich glaube, Koran-Zerstörungen angemeldet haben und solche Sachen, wo es dann ja auch teilweise wirklich zu gewaltsam auseinandersetzt. Genau, dass man mit der Mohammed-Karikatur stimmt. Die hatten ja auch gleichzeitig dann das Problem, auch wenn sie selber ja sich explizit als nicht-neonazistisch definiert haben oder als faschistisch und immer versucht haben, dieses bürgerliche Bild abzugeben, gab es ja auch eigentlich immer konstant für sie das Problem, dass sie mit dieser geringen Personenzahl auch immer wieder dann natürlich Nazis hatten, die Verbindung zu ihnen hatten oder die bei den Protesten aufgetaucht sind. Und deswegen hat das auch nie wirklich funktioniert, dieses Außenbild dann aufrecht zu erhalten. Und gleichzeitig war es ja auch so, dass bei den Nazis es auch eigentlich ziemlich beschissen aussah. Also die NPD, inzwischen heißt sie ja, die Heimat als traditionelle rechte Parteirechts der CDU, CSU, war eigentlich schon lange auf dem absteigenden Ast. Durch Finanzierungsprobleme, das immer wieder angesprochene und anlaufende Verbotsverfahren, was ja unter anderem wegen der fehlenden Relevanz der Partei dann aufgehoben wurde, Die verlor ja dann auch schließlich 2016 ihre letzten Sitze in einem Landtag mit dem Ausscheiden aus dem Mecklenburg-Vorpommerischen Landtag. Hingegen die AfD konnte sehr, sehr schnell sich als erfolgreiche Partei etablieren und eben Anschluss finden mit einem bürgerlich-konservativen Image an relevante Teile von außerparlamentarischen Rechten im weitesten Sinne. Sowie an Teile der zersplitterten rechten Szene und fremdenfeindlichen, islamfeindlichen Leuten. Viele Kader und Funktionäre aus den diversen Kleinstparteien wechselten in die AfD, wobei Personen mit vorheriger Mitgliedschaft in DVU und NPD von einem Eintritt in die AfD ausgeschlossen wurden, auch wenn es hier sicherlich einzelne Ausnahmefälle gab. Die AfD konnte gerade in den Landtagswahlen in Ostdeutschland mit einer migrationsfeindlichen Haltung gute Erfolge erzielen und übersetzte dies auch in eine interne inhaltliche Wandlung. Durch einen Eintritt vorheriger Rechter vom Straßenprotest und rechter Kleinstparteien in Kombination mit einer Stärkung der rechteren ostdeutschen Verbände und Wahlerfolge kam es dann auch zu dem von uns postulierten Kurswechsel von national-liberal hin zu national-konservativen und völkischen Positionen. Seit 2014 kam es dann zu einer weiteren Krise, die die AfD nachhaltig bis heute auch prägte. Der Ukraine-Krieg und die Haltung der Linken. Viele Linke hatten große Probleme mit einer für die Öffentlichkeit ansprechenden Anti-NATO bzw. generellen Antikriegsposition und beschränkten sich auf Kritik an Verschwörungsideologien auf der Straße. Damals gab es ja die Montagsmahnwachen, die im Kontext dieser sich zuspitzenden, den Frieden auf der Welt gefährdenden Situationen, wo Menschen einfach zusammengekommen sind, erstmal um miteinander über diese Situation an öffentlichen Plätzen zu sprechen. Und in diesem Milieu ist sicherlich auch ein Teil dessen, was dann später in der AfD aufgegangen ist, auch gewachsen unter anderem. Die AfD konnte diese Lücke, die von der Linken erneut mal wieder an dieser Stelle gelassen wurde, füllen. Sie wurde interessant für Amerika-Feinde und Russland-Freunde, für in Anführungsstrichen Anti-Imperialisten und das Verschwörungsmilieu. Weil das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass es zu diesem Zeitpunkt und auch bis heute ja so ein Verschwörungsmilieu entweder von außen so bezeichnet oder wo man dann tatsächlich auch das so sagen kann, dass da verrückte Positionen vertreten werden, ja gar nicht so unbedeutend ist und auch lange Zeit links stand. Also wenn wir an die ganze Geschichte mit Occupy vorher denken oder auch noch teilweise die Montagsmahnwachen, da gab es ja auch krasse Auseinandersetzungen innerhalb der Montagsmahnwachen, wo es auch Abspaltungen gab. Ja, wir hatten zum Beispiel bei uns in Dortmund eine Montagsmahnwache, die explizit es abgelehnt hat, mit Nazis zusammenzuarbeiten und eine, die auch schwächer war tatsächlich, welche Nazis zugelassen hat. Also die selbstbezeichnenden Nazis aus Dorfsfeld in dem Fall. Das liebe ich immer, dass man das in Dortmund so dazu sagen muss, weil die Leute dann immer von außen direkt sagen, ja, aber meint ihr jetzt wirklich Nazis? Ihr meint doch einfach nur irgendwie Rechte damit. Nein, wir meinen Leute, die sich selber als Nazis bezeichnen. Ja, und die halt das in ihren Straßen über an die Wände schreiben, Nazi-Kiez und so. Aber dieses Verschwörungsmilieu hat sich halt auch sehr, sehr stark nach rechts entwickelt, war vorher eben mehrheitlich eher links geprägt, links im Sinne von, dass man sich halt vor allen Dingen gegen die Banker, gegen eben das eine Prozent, was halt die 99 Prozent kontrolliert, wo man aber halt quasi jetzt mit der Kritik an Migration oder so halt null zu tun hatte. Und das hat sich eben verschoben in so einer Konglomerage aus einer Verbindung dieser Antikriegsposition, die halt für dieses entsprechende Milieu sehr relevant ist, mit der AfD-Position zur Migration an. Weil die AfD sich halt als eine der wenigen Kräfte geschafft hat, da vernünftig zum Krieg und zur Kriegsgefahr zu positionieren. Und gerade in Ostdeutschland dürfte es auch damit zu tun haben, dass es hier eine größere Affinität zu der Sichtweise und der Position Russlands gibt. Ja, was ja auch immer wieder der Öffentlichkeit angemerkt wurde, ist, dass wir da auch dann so einen Anfang von diesem Turn haben, den du gerade schon beschrieben hast, national-liberal zu national-konservativ-völkisch. Und dass es auch innerhalb der Partei immer mehr Kritik gab an der als zu liberal angesehenen Führung. Zu dem Zeitpunkt war ja auch noch Bernd Lucke eigentlich das Gesicht, das Aushängeschild der Partei. Der war eben tatsächlich nicht nur wegen seinen liberalen Positionen, sondern auch aufgrund von Alleingängen und autoritären Reformen innerhalb der Partei in der Kritik. Beispielsweise strebte er Reformen innerhalb der Partei ein, um die vorherigen drei Parteisprecher, die die Diversität nach außen und innen ermöglichten, durch einen Parteivorsitzenden mit gestärkter Machtposition zu ändern. Da kann man sich ja auch denken, wen er wahrscheinlich in dieser Position gesehen hat. Er musste sich dann nach Streitigkeiten darum mit einer Begrenzung auf zwei Parteivorsitzende begnügen. Das ist ja auch was, was wir bis heute eigentlich bei der Partei kennen, mit der Doppelspitze. Diese internen Streitigkeiten führten dann auch tatsächlich zu dieser Zeit zu gesunkener Beliebtheit der Partei. Und einige vermuteten auch einen Niedergang, wie wir das beispielsweise bei der Piratenpartei gesehen haben, die ja auch sich neu gegründet hatte, für eine Zeit extrem erfolgreich war. Das war ja eine Partei, die sehr stark sich um das Thema Digitalisierung gedreht hat. Dann aber aufgrund fehlender innerer Einheit und vor allem der äußeren Wahrnehmung von Chaos dann sehr schnell in der Versenkung wieder verschwand. Und Lucke führte dann auch nebenbei den Kampf gegen den rechten Flügel innerhalb der Partei an, wollte natürlich auch seine national-liberalen Positionen nicht kampflos ausgeben und hat beispielsweise gefordert, dass es keine nationalkonservativen und rechtsradikalen im Parteivorstand geben sollte. Und im Zuge davon kam es dann auch zu einer Verweigerung der AfD-Mitgliedschaft von Götz Kubitschek. Das ist ein rechtsradikaler Vordenker der Neuen Rechten. Den kennt man vielleicht vom Institut für Staatspolitik in Schnellrode. Da wird immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert um die Vorträge und die Schulungen, die dort stattfinden. Hat auch eine starke Nähe zur Identitären Bewegung. Ja und dieser ganze Kampf darum, auch angestoßen mit der Verweigerung der Aufnahme von Götz Kubitschek, führte dann zu der Erfurter Resolution der Rechtsradikalen, initiiert von Björn Höcke und André Poggenburg, welcher dann die Partei 2019 verließ. Und das wird auch immer so als Gründungsdokument des Flügels wahrgenommen, nämlich dieser Vereinigung innerhalb der AfD, die bis 2020 offiziell existiert hat, bis sie eben auf einen Vorstoß des Bundesvorstandes aufgelöst werden musste oder sich aufgelöst hat, eigentlich immer die rechtskonservative, nationalkonservative und rechtsradikale Fraktion innerhalb der Partei dargestellt hat. Ja und im Zuge davon kam es dann wiederum von der liberalen, nationalliberalen Seite um Lucke zum Weckruf 2015. Die wurde gestartet, um den Richtungsstreit innerhalb der Partei zu führen. Das alles ist dann sehr früh schon vor der eigentlich apokalyptischen Endschlacht, dieses Richtungsstreit in der Essener Grugerhalle passiert. Dort kam es dann nämlich beim außerordentlichen vierten Parteitag in dieser Essener Grugerhalle zu dem großen Richtungskampf zwischen nationalkonservativen und nationalliberalen. Ich glaube alles, was in der Essener Grugerhalle stattfindet, kann nichts Gutes für die Menschheit sein. Das hört sich echt irgendwie perfekt für so einen apokalyptischen Flügelschlacht an. Ja und während vor der Halle gerade mal 70 linke Gegendemonstranten ihren Unmut ausdrückten. Wir waren mal wieder dabei, Leute. Das fand ich nämlich auch echt witzig in der Recherche zu dieser großen Endschlacht, weil ich dachte mir so, das kann man jetzt bestimmt grandios aufladen, dass eben davor schon die linken Massen getobt haben und diesen Parteitag verhindern wollten und intern das zu dem großen Richtungsstreit kam, das waren halt wirklich 70 Leute. So, kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Ja, während diese 70 linken Gegendemonstranten ihren Unmut ausdrücken, wurde in der Halle dann unter Bogenufen und Störung der Konflikt zwischen Frauke Petry als softe Nationalkonservative und vereinende Kraft gegen den Spalter Bernd Lucke zu Ende gebracht. Petry wird dann eben 2015 bei diesem außerordentlichen vierten Parteitag in Essen gegen Lucke zur Parteisprecherin zusammen mit Jörg Meuthen gewählt. Und im Zuge von dieser kleinen Apokalypse kommt es dann auch zu einem Exodus, einem Massenaustritt aus der Partei. Mit Bernd Lucke zusammen verließen fünf der sieben EU-Abgeordneten, 600 Mitglieder, diverse Kreis- und Landesvorstände die Partei. Diese formierten sich dann in der Alpha neu, welche sich nach einem Rechtsstreit mit einem gleichnamigen Netzwerk von Abtreibungsgegnern in liberal-konservative Reformer, LKR, umbenennen musste und heute wie Bürger heißt. Was gibt das eigentlich alles, was Alpha heißt? Also für mich gibt es ja eigentlich nur ein Alpha-Programm und das ist von Kollegah. In dem Fall wird es ja mit F geschrieben und ich hatte tatsächlich ganz lange im Kopf, dass die einen Rechtsstreit mit der Automarke Alpha Romeo hatten. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass das mit einem Netzwerk von Abtreibungsgegnern war. Ja, und so oft wie Name und Corporate Identity dann auch gewechselt wurden, so erfolglos bleibt diese Abspaltung auch eigentlich bis heute. Trotzdem krass also, dass die AfD sich davon erholen konnte, weil fünf von sieben EU-Abgeordneten zu verlieren ist schon eine Menge. Die AfD konnte im Gegensatz zu Alpha, die ja wirklich eigentlich von Anfang an in der Bedeutungslosigkeit verschwanden, also ich habe dann, das hat man eigentlich nur einmal diese Berichterstattung von dieser Spaltung einmal gehört, danach habe ich eigentlich nie wieder was davon gehört, außer, was weiß ich, in irgendeinem Satirebericht nochmal von extra drei oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die AfD konnte ja wirklich sehr, sehr stark dann in der öffentlichen Diskussion um die Probleme von Migration und das Thema Sicherheit Wahlerfolge erzielen. Mit der Silvesternacht 2015 und 2016, vor allem in Köln, die eine sehr, sehr hohe mediale Beschäftigung mit sich brachten und einer damit empfundenen, deutlich erhöhten Zahl von Übergriffen an Silvestern, an denen Geflüchtete und Migranten aus Nordafrika beteiligt waren, konnte die AfD in der folgenden öffentlichen Diskussion große Punktgewinne für sich verzeichnen. Fast alle anderen Parteien hatten ja eine passive Rolle von Rechtfertigung und Ratlosigkeit bei dem Thema, während die Radikal-Linke als Antwort vor allem den Kampf gegen die rassistische Debatte als Umgang wählte. Die AfD konnte sich als einzige Kraft darstellen, die die Problematik des Zusammenhangs von Migration, Kriminalität und kulturellen Unterschieden ansprach und damit konkrete Lösungen vorstellte und rassistische Politik machte. Ich finde, das ist auch ein Merkmal der AfD, dass es ihr sehr, sehr gut gelingt, das werden wir auch immer wieder im Laufe der Folge sehen, zu Themen sich zu positionieren, Standpunkte zu vertreten, die sonst niemand vertritt. Sie haben ja mittlerweile auch eine große öffentliche Macht, aber mit ihren Kanälen und so und ihren vielen Sitzen. Aber zu dem Zeitpunkt war das vielleicht ihr erster großer medialer Erfolg, wo sie das das erste Mal geschafft hat, was sie dann später gut verstanden hat, fortzusetzen, zu polarisieren mit einer Meinung, die schon viele Anhänger der Bevölkerung hat, aber von sonst niemandem vertreten wird. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich es damals auch recht traurig fand, dass keine wirklich für die Bevölkerung interessante linksradikale Position dazu gefunden wurde. Weil ich glaube, gerade da wäre es wichtig gewesen, weil bis heute sich auch immer wieder von rechten und rechtsradikalen Kräften darauf bezogen werden kann, dass man auf der einen Seite eben diese rassistische Politik, die damit gemacht wurde, ablehnt, aber gleichzeitig natürlich auch einfach analytisch aufzeigt, warum es dazu kommt, dass das nicht einfach irgendwie eine, wie es dann immer wieder dargestellt wurde, feindliche Übernahme durch Migranten ist oder einfach nur kulturell gegeben, sondern dass das auch einfach mit den Migrationsmustern zusammenhängt. Dass beispielsweise zu dieser Zeit hatten wir, glaube ich, eine extrem überproportionale Migration von jungen Männern. Ich glaube, das war wirklich so ein Verhältnis von 70 Prozent Männern zu 30 Prozent Frauen. Und gerade da eben aus den unteren Altersschichten. Und das sind auch einfach genau die Anteile der Bevölkerung, die überproportional dann auch nochmal sowohl bei Gewalttaten als auch bei sexuellen Übergriffen vertreten sind. Und gerade da hätte sich dann eigentlich auch mit einer analytischen Richtigstellung, abseits einfach nur von Relativierung, ach ja, beim Oktoberfest ist das ja genauso, wie es dann von manchen Linken kam und einfach nur einem stumpfen, wir müssen jetzt besonders stark gegen die AfD wirken, man wirklich auch sich politisch hätte einmischen können. Weil bis heute hat man es sehr wenig geschafft, da diese Thematik vernünftig zu behandeln und wirklich eigene Strategien zu entwickeln. Oder man schlägt dann einfach wirklich komplett in so migrationsfeindliche Antworten um, wie Positivbezug auf Sarah Wagenknecht mit dem BSV, wie wir das jetzt haben, oder dann islamfeindlicher Positionen wie der Zeitschrift Bahamas. Gerade bei der Thematik ist es ja auch eine zentrale feministische Aufgabe, auf sexualisierte Gewalt eben eine Antwort zu finden und eine Diskussion zu führen, wenn das schon mal so krass in der Öffentlichkeit dargestellt wird und dann halt reduziert wird auf Männer mit Migrationshintergrund, dann halt auch den Diskurs zu führen, aber auch klar zu sagen, so auch den migrantischen Männern müssen wir entgegentreten mit ihrer patriarchalen Gewalt, die sie hier auch ausüben. Ja und dieser Punkt von eigenen Antworten und gerade dann auch natürlich nochmal sowas, was ja wirklich sehr wenig besprochen wird in der Linken, diese Frage von Sicherheitspolitik, da werden wir dann auch nochmal am Ende bei unserem eigenen Plan gegen die AfD zukommen. Im Anschluss an die Ereignisse um die Silvesternacht 2016, 2017, kommt es dann nochmal zu diversen Streitigkeiten um die Ausrichtung der Partei. Da hätten wir einmal den Streit um die antisemitischen Schriften und Positionen vom AfDler Wolfgang Gedeon, das war ja auch eine ganze Zeit lang extrem groß öffentlichkeitswirksam diskutiert, und der von Lucke initiierte und von Petri weitergeführte Versuch des Ausschlusses Björn Höckes aufgrund der Affäre um sein vermutetes, aber eigentlich recht gut belegtes Pseudonym Landolf Ladig. Das wurde nämlich aufgedeckt nach Recherchen von Andreas Kemper, ihr könnt ja auch zu dem Thema und der AfD generell mit mehreren Interviews bei Jung und Naiv und anderen Formaten finden. Björn Höcke soll eben unter diesem Namen Landolf Ladig in der NPD nahen Zeitschrift Volk in Bewegung und der Reichsbote faschistische Artikel verfasst haben. Ja, du hast es ja auch schon erwähnt, es ist recht gut dokumentiert und wir werden im Verlauf hier nochmal später intensiver über Björn Höcke sprechen und da auch sehen, dass man es anhand der Ideologie von Björn Höcke selbst sehr gut in dieses Lager auch einordnen kann. Unabhängig davon, ob es jetzt stimmt, dass diese Texte von ihm sind oder nicht. Ja, und die Streitigkeiten innerhalb der Partei haben sich dann tatsächlich nicht nur an diesem Richtungsstreit aufgehangen, sondern es kam auch zu einem, den man eigentlich mehr machtpolitischen Streit nennen kann, zwischen Jörg Meuthen und Frauke Petry, die im Zuge davon auch immens unpopulär wurde. Die verließ dann schließlich 2017 die Partei, um ihre eigene ebenfalls extrem erfolglose Partei die Blauen zu gründen, welche sich aber inzwischen auch schon wieder aufgelöst hat. Auch eine Partei, von der man genau einmal gehört hat. Also das ist halt eine Spaltung und danach nie wieder. Fände ich auch echt nicht so den starken Namen. Das ist ein bisschen wild, ja. Diese wirklich diversen Machtkämpfe hat wohl ein AfDler in der intern geleakten WhatsApp-Quasselgruppe der AfD-Bundestagsfraktion mal ganz gut zusammengefasst. Und ich zitiere hier, du weißt, dass du in der AfD bist, wenn House of Cards beginnt zu langweilen. Ja, und aus den Richtungsstreitigkeiten stolpern wir dann 2020 in die nächste große Krise, die die AfD wieder einmal für sich nutzen könnte. Wir wissen alle, wovon wir jetzt sprechen werden, die weltweite Covid-Pandemie. Die wurde zuerst von ihr tatsächlich ratlos wie bei den anderen Parteien verfolgt. Die AfD stimmte zuerst sogar trotz interner Streitigkeiten den Regierungsmaßnahmen relativ unkritisch zu und versuchte sogar Migrationsfeindlichkeit als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus darzustellen. Dann wurde aber recht schnell der Kurs gewechselt. Und die AfD konnte sich dann mit dem wachsenden Unmut der Bevölkerung über die Corona-Lockdown-Maßnahmen und eine generell wachsende Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Erklärung und der politischen Erzählung rund um den Virus an die Spitze von den daraus entstehenden Straßenprotesten stellen und konnte sich gleichzeitig als einzige Opposition im Bundestag gegen die Corona-Maßnahmen darstellen. Aber ich habe das auch wirklich so in Erinnerung, dass sowohl in der öffentlichen Berichterstattung als auch in den konkreten Protesten und Kämpfen gegen die Maßnahmen die AfD nicht von Anfang an dabei war. Also die sind wirklich da so richtig drauf aufgesprungen. Es gab ja andere Sachen, wo sie recht schnell dabei waren oder wo sie von Anfang an auch Sachen mitorganisiert haben. Klar, sie haben dann diesen Kurs recht schnell vollzogen. Aber so in wirklich so ganz ersten Momenten ist es zumindest in meiner Erinnerung, war ihr Einfluss auch sehr marginal darauf. Es gab natürlich andere rechte Kreise, wo die das direkt von Anfang an mitorganisiert haben, ausgerufen haben und so. Aber die AfD selbst ist da erst drauf gesprungen, wo sie dann dachte, okay, jetzt können wir davon profitieren, so parteientypisch halt. Wobei ich mich auch daran erinnern kann, dass es auch in verschiedenen rechtsradikalen Gruppierungen anfangs wirklich eine gewisse Ratlosigkeit ähnlich dazu gab. Stimmt, die Dortmunder Nazis zum Beispiel, erinnere ich mich noch, dass die sich das dann am Anfang einmal angeguckt haben, und dann noch davon gesprochen haben, dass das alles so verwirrte, irgendwie komische Leute seien, die da halt rumlaufen, dass da nicht von viel zu halten sei. Und dann zwei Demo später waren die halt ganz toll davon überzeugt und ganz wichtig. Ja, mit Test-Doktor-Kostüm. Ja, ich glaube tatsächlich, man muss einfach da dann auch sehen, wie lange es schon her ist, dass es tatsächlich diese weltweite Pandemie-Katastrophe gab und man darauf eine politische Antwort finden konnte. Und ich finde tatsächlich auch diese erste Position gar nicht mal so unplausibel. Und ich hatte, weiß ich noch, am Anfang der Covid-Pandemie auch so ein bisschen damit gerechnet, dass Rechte das mit eben Grenzschließungen, Migrationsbegrenzungen verbinden werden. Aber das wurde ja dann eben, wie wir gesehen haben, dann auch recht schnell wieder aufgehoben. Und ich würde auch tatsächlich sagen, jetzt im Nachhinein zum Erfolg dieser Parteien, weil es wurde sich ja wirklich ein ganz neues Wählerspektrum mal wieder mit der Krise erschlossen. Es gab jetzt auch ganz viele Leute, ich kann mich noch daran erinnern, die eben über so verschwörungsideologische Erzählungen zur Corona-Pandemie oder auch einfach nur einen generellen Unmut über die Lockdowns, obwohl sie vorher wirklich kein großes Interesse an migrationsfeindlichen Positionen hatten und vor allem auch nicht an der nationalistischen Politik der AfD, dann für sich eben gesehen haben, okay, die AfD ist tatsächlich die einzige Oppositionskraft, was das angeht und sind die einzigen, die wirklich radikal für ein Ende von den Maßnahmen stehen. Natürlich gab es in dem Zuge davon dann auch Parteineugründungen. Wir hatten ja die Basis, die aber auch, ich glaube, zumindest jetzt landes- und bundespolitisch wirklich relativ erfolglos geblieben ist. Und da konnte natürlich die AfD mit diesem Turn weg von anfänglicher Planlosigkeit und Migrationsfeindlichkeit in der Covid-Frage zu eben der Anti-Lockdown-Partei werden und damit sehr erfolgreich neue Wählermilieus erschließen. Das ist etwas leidig vom sprachlichen Aufbau her, aber wir bewegen uns jetzt in die nächste Krise. Die AfD, die von der AfD probiert wurde, zu nutzen, um breitere Wählerschichten zu erreichen und sich in der Opposition zu den Regierungsparteien zu verhalten, und zwar den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Die AfD konnte hier mit ihrer vergleichsweise pro-russischen Haltung anschließen und sich als einzige nicht pro-ukrainische Kraft darstellen, welche vor allem den weit verbreiten Unmut aufgrund steigender Energiekosten, den hohen Finanzhilfen für die Ukraine sowie die erneute Angst vor einem Weltkrieg in ein politisches Programm umsetzen. Die Linkspartei hatte ja am Anfang auch noch so ein bisschen mit sich gerungen, gab es so ein bisschen Diskurs, wie man jetzt damit umgeht, aber ist dann auch sehr schnell auf, ja im Prinzip Regierungslinie gegangen, jetzt erstmal völlig unabhängig, was man halt von all dem hält, einfach nur als Feststellung. Und so war dann die AfD eigentlich auch wieder alleinig in diesem Thema stehend. Es ist ja auch eigentlich so ein übliches Phänomen, dass es halt von links sehr, sehr schwierig ist, noch zu bestimmten Themen eine andere Position zu entwickeln oder sich hinzustellen, wenn dann schon die Rechten oder wenn dann schon die AfD eine entsprechende Position vertritt, dann ist man ja zwangsläufig direkt in einer absoluten Gegenposition dazu. Und das erschwert natürlich auch eine von unserer Seite aus vernünftige Diskursfindung zu solchen Fragen. In dem Positionspapier zum Krieg vereint sie eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs für den Frieden mit einem Nein zur Waffenlieferung an die Ukraine und zu Wirtschaftssanktionen sowie einer Forderung nach einer Wiederinbetriebnahme von Nord Stream 2. Die diversen Krisen und Konflikte zwischen Ost und West, dem Verhältnis zwischen Neoliberalen und Rechtsradikalen, der Parteiführung und der Basis sowie der Bewegung auf den Straßen sorgten zwar für viel internen Zwist und der Wahrnehmung von fehlender Einheit, aber wenn man sich heute die Ergebnisse anschaut, nicht dazu, dass die Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, sondern ganz und gar eher an ihrem Profil geschraubt hat und jetzt klarer wirkt als je zuvor und mehr Menschen erreicht auch und sich immer mehr in ihr wiederfinden als je zuvor. Sie hatte also auch ziemliches Glück, also es ist jetzt nicht nur eine Sache der Fähigkeit der AfD, dass sie es so gut geschafft hat, sich in diesen großen weltpolitischen und nationalen Ereignissen als einzige populäre oppositionelle Partei darstellen zu können, die anderen politischen Kräfte auch sich so unzureichend da positioniert haben und das haben auch zugelassen, dass natürlich die AfD sich so darstellen konnte, weil es ja tatsächlich so war, dass es in fast all diesen Fragen einen monolithischen Block gab, der nicht hinterfragbar war, wo wir auch oft schon darüber geredet haben, dass dieser Meinungshorizont von dem, was noch sagbar ist, was noch öffentlich in Ordnung ist, innerhalb dieses demokratischen Austausches, auch der Parteienlandschaft immer enger wird und das konnte sich die AfD hervorragend zunutze machen. Und das zeigen auch die aktuellen hohen Wahlprognosen. Am 4.1. dieses Jahres wurde in den Wahlprognosen für die Bundestagswahl die AfD die zweitstärkste Kraft nach der CDU und in den kommenden Landtagswahlen für Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September diesen Jahres wird vermutlich die AfD die stärkste Kraft werden. Es gab jetzt natürlich einen kleinen Gegenkehrt mit den Massenprotesten, wo man schon sagen kann, dass höchstwahrscheinlich, dass der AfD ein paar Prozentpunkte gekostet hat, weil das ja wirklich so eine große Massenmobilisierung war. Dennoch kann man sehen, der Rechtspopulismus in Deutschland feiert einen Siegeszug, der nicht aufzuhalten scheint. Und deswegen sprechen wir jetzt einmal intensiver darüber, was Rechtspopulismus überhaupt ist. Das ist ja so ein Begriff, der als Definition von der AfD immer wieder angeführt wird. Die AfD ist rechtspopulistisch. Ihr Erfolg wird ja auch gerade immer wieder mit Bezug auf populäre Forderungen und diesem populistischen Politikstil erklärt. Deswegen würde ich sagen, schauten wir uns doch erstmal an, was Populismus eigentlich an sich überhaupt ist. Die Anfänge vom Populismus werden eben oft bei der Populist Party in den USA verortet. Das ist eine Partei im späten 19. Jahrhundert, die recht erfolgreich war mit ihrem Programm, das arme Weiße und Schwarz in ihren ökonomischen Interessen vereinte, die gegen den Goldstandard des Dollars war, um die Geldmenge für günstigere Kredite zu erhöhen, die gerade für die Landwirte wichtig waren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und die diverse populäre Forderung, wie den Acht-Stunden-Tag oder die Direktwahl von Senatoren aufgriff. Diese sollten aber alle nicht durch gewaltsame Revolution und Umbau des Staates, sondern durch Wahlerfolge erreicht werden. Und diese ganzen diversen populären Forderungen wob sie dann in einen Kampf zwischen Stadt und Land, Peripherie und Zentrum, der Bevölkerung gegen die Hochfinanz oder kurz Volk gegen Elite. Ja, und dieser Widerspruch und Kampf zwischen den zwei Gegensätzen, Volk und Elite, ist in jedem Populismus zentral und drückt auch das Scheitern vorheriger politischer Bewegung und ihrer Welterklärung aus. Wenn man sich das von links anschaut, ist es so, dass nach dem Niedergang der traditionellen sozialistischen Parteien, der außerparlamentarischen Arbeiterbewegung und der Fragmentierung der klassischen Arbeitermilieus, der Klassengegensatz von Bourgeoisie, Bürgertum und Proletariat im Linkspopulismus der 2000er Jahre, also vertreten durch so Parteien wie die Linke, Podemos, Syriza, durch ein Volk der armen und einfachen Leute gegenüber der neoliberalen Lobbyisten-Elite ersetzt wurde. Diese sollte dann auch, wie wir es gerade bei der Populist-Party gesehen haben, durch Wahlerfolge im Staat ihre Gerechtigkeit bekommen, statt durch revolutionäre Errichtung eines sozialistischen Staates. Genauso wurde auch der Rechtspopulismus Erbe und Erneuerungsbewegung des gescheiterten Neofaschismus, weil in vielen Teilen Europas war der klassische Faschismus geschichtlich zu stark belastet und es wurden Neurechte Ideen populärer und so verwarfen auch die frühen Rechtspopulisten und ich würde auch sagen schließlich die AfD, den Kampf zwischen Weltjudentum und deutschem Volk als Welterklärung, wie wir das beim klassischen Neonazismus in Deutschland noch finden und sehen den Hauptkonflikt in der Gesellschaft zwischen den globalistischen grün-ideologischen Eliten und dem deutschen Volk. Diese sollen dann auch wiederum nicht in einem Endkampf durch die Errichtung eines Führerstaates beseitigt werden, sondern abgewählt und demokratisch entmachtet. Ja und dieser Dualismus zwischen Volk und Elite wird auch inhaltlich von der AfD beeinflusst durch die rechten Straßenbewegungen, die sie parlamentarisch vertritt, dann inhaltlich gefüllt. Ja und dieser neue Dualismus zwischen Volk und Elite, aber auch eben dieser Wunsch nach Veränderung durch Wahl ist das, was eigentlich dem Programm der AfD zugrunde liegt und was sich auch einmal komplett durches durchzieht, weswegen ich auch sagen würde, dass es eine durchaus passende Charakterisierung dieser Partei ist. Aber wie gesagt, wir werden auch noch mit Björn Höcke uns jemanden angucken, wo eigentlich die klassische faschistische Charakterisierung besser passt. Aber davor werden wir uns jetzt ganz genau das Programm der Partei anschauen und hierbei auch die weniger diskutierten Punkte abseits von Migration oder Nationalbewusstsein behandeln. Hierbei beschäftigen wir uns primär mit dem Grundsatzprogramm von 2016, da dieses bis jetzt die Basis der Position der AfD darstellt. Teilweise wird auch darüber diskutiert, dass dies eine Momentaufnahme der inhaltlichen Streitigkeit in der Partei ist und deswegen nicht mehr ganz aktuell ist, weil gemäßigte Positionen da drin zu stark sind. Deshalb behandeln wir auch an einzelnen Stellen Punkte aus Positionspapieren, Verlautbarung von Politikern oder kleine Abweichungen aus den aktuellen Wahlprogrammen, wie beispielsweise für die Europawahl oder die Bundestagswahl. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, den du angeschnitten hast, dass halt in 2016 sehr viele gemäßigte Positionen im Grundsatzpapier vorkommen, die vielleicht in dieser Art und Weise gar nicht mehr so eine große Relevanz in der AfD von 2024 jetzt haben. Da kann man natürlich auch direkt darüber streiten, okay, ist es denn bewusst so, dass es keine Aktualisierung dieser sich sehr schnell entwickelnden Partei gibt in den letzten acht Jahren, dass man dann eben sagen kann, ja, guck mal doch, unser Grundsatzprogramm, das ist doch total gemäßigt im Prinzip, das ist doch total divers divers von seinen Einschätzungen und doch gar nicht so schlimm. Ja, so anhand dessen, wie stark mittlerweile der rechte Flügel, der ja zwar aufgelöst ist, aber immer noch real existiert, innerhalb der Partei geworden ist und der bekannt gewordenen Entwicklung rund um dieses Geheimtreffen und wie zum Beispiel Jugendorganisationen der AfD manifestiert ist, kann man ja wirklich mutmaßen, okay, hier wird vielleicht einfach dieses Programm so behalten, um gemäßig dazu erscheinen. Auch wenn wir natürlich die Grundinhalte dieses Programms mit diversen Anmerkungen und Punkten aus aktuellem Wollprogramm und Positionspapieren ergänzt haben, dieses Grundsatzprogramm verdient auch schon selber ausreichend Kritik. Ja, und ich finde, das Ganze startet für ein Wahlprogramm schon wirklich unter einer sehr spannenden Losung, nämlich mit den Worten Mut zu Deutschland, freie Bürger, keine Untertanen. Und im Gegensatz zu anderen Wahlprogrammen liest sich der Anfang auch wirklich recht spannend. Da wird man direkt stimmungstechnisch so richtig reingezogen, wie bei einem Roman. Nämlich beginnt es mit heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Es handelt sich um ein politisches Kartell, dass die Schalthebel der staatlichen Macht, soweit diese nicht an die EU übertragen worden ist, die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in den Händen hat. Nur das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland kann diesen illegitimen Zustand beenden. Sehr, sehr geil. Es ist ja auch eigentlich was, was man über jeden Staat sagen kann. Also jetzt auch tatsächlich unabhängig davon, ob der jetzt halt demokratisch oder diktatorisch oder wie auch immer organisiert ist. Es gibt halt einfach keine Politikerriege oder keine Staatsvertreter, die jetzt nicht daran gediegen sind, ihren eigenen Machterhalt zu fördern und sich ihre Untertanen möglichst ihnen gut gesinnt gegenüber aufrecht zu halten, sich einen Kartell zu spinnen und so weiter. Das ist ja einfach nur eine Allgemeinbeschreibung von jedem Staat auf der Welt. Und auch im Prinzip wäre es halt mit der AfD exakt das Gleiche. nur unter anderen politischen Gesinnungen. Es hört sich ja fast so an, als würde ein Staat seine freien Bürger tatsächlich auch einfach grundsätzlich als Untertanen betrachten. Wow. Was für eine Erkenntnis erst mal. Das ist natürlich ärgerlich, weil nach so einer Einleitung möchte man doch eigentlich direkt auch zum Held der Geschichte werden und der tapferen Rebellion gegen den heimlichen Souverän beitreten. Ja und in diesem Punkt unter Demokratie greift die AfD dann auch viele Punkte auf, die immer wieder von der Bevölkerung skandalisiert werden. Man möchte mehr demokratische Kontrolle von der Zusammensetzung des Bundestags und es soll auch sowas wie Volksabstimmung nach Schweizer Modell geben. Da bezieht man sich ja in der deutschen Rechten sehr gerne drauf. Es soll die Direktwahl von Personen im Bundestag ermöglicht werden und nicht wie aktuell den Parteien überlassen und es soll auch zu einer Direktwahl des Bundespräsidenten kommen. Aktuell wird er ja durch Mitglieder des Bundestages und Vertreter an der Landesparlamente gewählt. Und das ist natürlich auch was, wo man dann immer wieder hofft, dass man durch einen sehr populären Kandidaten mit populistischen Forderungen dann eben die bislange Machtzuteilung dann umgehen kann und den dann an die Spitze setzen kann. Gleichzeitig greift man auch das auf, was immer wieder in der Bevölkerung kritisiert wird, nämlich es soll endlich auch am Staat selber eingespart werden. Es soll weniger Parteienfinanzierung geben, es braucht eine private Rentenvorsorge für Politiker, das kenne ich auch selber aus der Familie eigentlich recht stark, dass immer wieder dann auch betont wird, bauen den ganzen Tag nur Scheiße, aber haben sich jetzt erstmal noch selber den Lohn erhöht. Und es soll tatsächlich eine Einführung des Strafbestandes der Steuerverschwendung geben, das kennen wir ja auch alle von mit den großen Bauskandalen, wo es immer wieder skandalisiert wird. Trotzdem sehr interessanter Punkt, weil das ja, wenn man sich das dann anguckt, zumindest auf einem geringen Level jetzt erstmal wirkt, wie wenn diese Partei an die Macht kommen würde, würde es eine Demokratisierung des politischen Systems geben, in dem wir uns befinden. Am Ende des Tages, wenn man sich aber dann anschaut, dass in vielen Ländern vergleichbare Parteien wie die AfD oder rechte Regierungen an die Macht gekommen sind, hat das halt eigentlich nie dazu geführt, dass dieses System demokratisiert wurde, sondern es hat eigentlich immer dazu geführt, dass das Gegenteil der Fall war, also dass halt zum Beispiel an der Gewaltenteilung gerüttelt wurde, also dass die Gerichte eingeschränkt wurden oder dass auch diese rechten Politiker dann versucht haben, weiter an der Macht zu bleiben, über die normale Amtsperiode hinaus, wie das jetzt zum Beispiel in Brasilien oder in den USA mit Trump der Fall war, ist ihnen nicht gelungen in dem Fall, aber trotzdem spricht ja alles andere als dafür, dass das dann in der Realität so umgesetzt werden würde für sich selbst dann. Ja, in dem Fall würde ich auch wirklich knallhart sagen, dass das einfach nur ein Aufgreifen dieser diversen Punkte ist und sie werden ja nur nichtmals ihrem eigenen Anspruch wirklich gerecht, also zum einen ist ja da eben dieses ganze Betonen davon, es muss eben an den Politikern eingespart werden, das ist, die Sache ist, das ist natürlich eine Sache, die lässt sich sehr einfach populär verpacken und da hätte ich jetzt noch nichtmals irgendwie ein riesiges Problem mit oder so, aber das ist ja jetzt wirklich keine riesige finanzielle Einsparung, womit dann sonst Finanzlöcher gestopft werden können und es ist ja andersherum sogar so, dass auch bekannt geworden ist, dass die AfD sehr gerne diese diversen Vergünstigungen und Services nutzt, also sie sind ja mit die Fraktion im Bundestag gewesen, die in ihrer ersten Amtsperiode eigentlich am liebsten auch sowas wie den Fahrservice für die MDBs sehr, sehr exzessiv genutzt haben zu diversen Zielen. Aber auch abseits dessen jetzt von so einer Beschäftigung damit, sonst kommen wir hier in so ein Fahrwasser von, okay, ja Greta ist ja auch mit dem Flugzeug geflogen oder so. Nee, 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 ich meine, ich möchte da nur nämlich nochmal anknüpfen, weil das stimmt natürlich, dass das auch eine sehr niedrige Kritik jetzt davon ist, ja guck mal, ihr macht's doch selber. Aber das finde ich auch immer wichtig dabei dann zu betonen, weil es eben so wichtig für das Selbstbild dieser Leute ist. Und das Gleiche ist ja auch dieser ganze Faktor mit eben Korruption. Wir hatten es gerade auch einmal in der Einleitung, wo du es angesprochen hast, mit diesem ganzen Netz von eben einem Kartell schaffen und so. Wenn wir uns das jetzt angucken, was beispielsweise unter der Regierung von Trump, aber auch unter Regierung von Orbán beispielsweise passiert ist, das ist ja auch genau das Gleiche, was Korruption und Lobbyismus angeht und das Begünstigen diverser Personen aus der Wirtschaft, die einem nahestehen. Und genau das Gleiche wird auch wieder mit der AfD passieren. Da wird es nicht irgendwie einen korruptionstechnischen Befreiungsschlag dieses Staates geben. Und natürlich stellen sie sich aus ihrer nationalistischen Position auch dahin, dass sie sagen, eigentlich für das richtige Funktionieren von so einem Staat, sollte es so was wie Korruption und Lobbyismus nicht geben, weil es muss eigentlich immer alles in dem nationalen Sinne sein. Aber selbst das ist ja eigentlich schon eine absolut verkürzte Position zu der eigentlichen Problematik, weil auch selbst in einem Staat ohne Korruption und Lobbyismus wird es immer zu einer Ermächtigung der Großkonzerne kommen, zu einer notwendigen Monopoltendenz in der Konkurrenz von den Unternehmen und auch immer zu einem Voranstellen der Interessen der Unternehmen. Und am Ende des Tages ist es ja auch eine ganz klassische anarchistische Kritik, die wir hier wieder auffahren, dass eben nun mal es eine Eigendynamik der Macht gibt. Einfach die Leute, die halt dann an die Macht kommen, auch sich einfach ihre Interessen und ihre Privilegien an der Stelle verändern. Also mag ja sogar sein, dass es einzelne Politiker bei der AfD gibt, die jetzt ernsthaft so diesen Parteienfilz irgendwie so zerschlagen wollen und dann das alles so demokratisieren wollen. Mag ja sogar sein, dass es einzelne gibt, die halt mit so einem hehren Ziel daran gehen und das echt ernst nehmen, was da steht. Am Ende des Tages, wenn sie an der Macht sind, wird es einfach einen neuen Parteienfilz geben, der dann halt nicht mehr schwarz, nicht mehr rot, nicht mehr grün, nicht mehr gelb, sondern halt blau ist. Wir kommen zu der inneren Sicherheit und der Justiz. Hier sieht die AfD einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag vor. Man möchte mehr Personal und bessere Ausrüstung für Polizei und Justiz. Man möchte eine Anpassung des Rechts, wo es notwendig scheint, beispielsweise eine Absenkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre. Man möchte schneller abschieben bei Ausländern. Man möchte die Sicherheitsverwahrung für psychisch kranke Menschen. Man möchte eine ideologische Einflussnahme auf Behörden begrenzen und man möchte auch keinen Datenschutz für Täter. Eine klare Benennung von Überproportionalität von Ausländern in Kriminalität sowie einen Opfersturz statt Täterschutz. Klingt ziemlich wow. Klingt vor allen Dingen nach einer sehr wilden Mischung. Also wie so eine Mischung aus so amerikanische Verhältnisse auf Koks. So ein bisschen so Selbstjustiz-Style und ja, lasst doch die Leute einfach noch härter verknacken, noch früher wegsperren, noch rigoroser gegen die Leute vorgehen, also so Law & Order mäßig, als würde das irgendwas nützen, weil das ist ja allgemein bekannt, dass mehr Strafe, mehr harte Knute, mehr Gesetz, mehr draufhauen, die sozialen Probleme, die wir in diesem Land haben, beseitigt. Aber auf der anderen Seite halt dann eben auch wieder so Floskeln, die in eine ähnliche Richtung gehen wie den Punkt davor, dass man jetzt halt zum Beispiel diese ideologische Einflussnahme auf Behörden begrenzen möchte, das heißt dann ja wieder einfach nur die ideologische Einflussnahme auf die Behörden von dem vorherigen Parteienfilz begrenzen und auf den eigenen Parteienfilz ummünzen, der dann an der Macht ist. Ja, ich glaube man darf auch wirklich nicht kleinreden, wie wichtig diese ganze Thematik Sicherheit für die AfD ist. Das ist ja auch das, wo sie sich immer auch so ein bisschen wieder in verringerten Maße, weil gerade auch die Thematik Krieg und jetzt die Bauernproteste so in die größere öffentliche Wahrnehmung gerückt ist, aber dieses Thema Sicherheitspolitik ist ja wirklich was, was sich durchgängig zieht. Das ist ja auch was, wir haben in unserer Folge zu True Crime auch drüber gesprochen, dass ja in den meisten Kriminalitätsfeldern eigentlich die Rate absinkt, aber dass wir in ein paar Sachen, beispielsweise Messerkriminalität, sexuelle Übergriffe, aber auch diverse Felder, die jetzt nicht so stark von der AfD angesprochen werden, wir eine steigende Rate haben und das ist ja das, wo sich die AfD dann immer hinstellen kann und sagen kann, wir haben hier wirklich die Formel, wie wir das Problem auflösen können, weil die Altparteien, die machen ja nichts dazu. Wie du es schon angesprochen hast, die Sache ist mit den Sachen, die sie jetzt dort fordert, so was wie die Absenkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre. Da wird ja immer gesagt, wir haben jetzt dieses ganz große neue ansteigende Problem von Kinderkriminalität und zu einem gewissen Grad ist tatsächlich auch statistisch was da dran, aber wenn wir das jetzt wirklich machen, wie in den USA, die Leute viel länger, viel früher in die Knäste stecken, werden wir vor allem eins bekommen, wir werden viel mehr organisierte Kriminalität bekommen, wir werden viel mehr Leute haben, die wirklich von klein auf in ein absolut gewaltvolles, eingesperrtes, männliches Umfeld reingebracht werden und teilweise dann auch noch Radikalisierungstendenzen ausgesetzt sind, weil gerade islamischer Fundamentalismus oder in Ostdeutschland dann noch faschistische Tendenzen sind in den Knästen einfach unfassbar stark und suchen dann neue Leute. Das ist das, was daraus entstehen wird und gerade weil solche Sachen für viele Leute, die natürlich auch dieses ganze Thema Sicherheit verunsichert, ist es halt so wichtig, dass wir als radikale Linke da auch neue Antworten finden und wirklich auch eigene Positionen und eben nicht einfach nur Law and Order und Draufrauen als Lösung da stehen lassen, sondern wieder viel mehr eben Themen ansprechen wie soziale Ursachen von Kriminalität, stärkere Zusammenhangen von Nachbarschaften und Vernetzung, Änderungen in der Stadtplanung, Aufbau von neuen Strukturen, die wirklich Streitigkeiten begrenzen können und auch eine kollektive Strategie beispielsweise gegen sexuelle Übergriffigkeiten und eine Stärkung der Position von Frauen im öffentlichen Raum. Das ist natürlich auch wie im Übrigen ja alle Themen die wir jetzt ansprechen sehr komplexe Frage wo wir auch nicht in der Tiefe jetzt auf unsere Position eingehen können. Wir haben mehrere Folgen zu der Thematik gemacht, da könnt ihr mal reinhören in unsere Folge zu Kriminalität und auch zu Gefängnissen und zu Gerechtigkeit dort haben wir da unsere Position vertieft dargestellt. Was sagt denn die AfD jetzt zu Europa und dem Euro? Wir haben ja festgestellt okay es ist in der Geschichte eine ganz wichtige Begründung der AfD gewesen Wie ist das jetzt? Wir fordern das Experiment Euro geordnet zu beenden Also hier ist auch wieder eine Fortsetzung des Gründungsmythos der AfD zu sehen Der Euro als Grund für innereuropäische Spannung da Länder nicht mehr über währungspolitische Maßnahmen gezwungen sind Krisen durch Austeritätspolitik und Hilfen von wohlhabenden Staaten beziehungsweise Deutschland zu nutzen Die EOL Die EOL Die EU soll entweder radikal reformiert werden mit Rückgabe der Macht an Nationalstaaten oder aufgelöst und als europäische Wirtschaftsgemeinschaft was der Vorläufer der EU war neu gegründet werden Also so ein bisschen Großbritannien Style Ja man spricht ja auch in dem Zuge häufig dann von dem Dexit Das ist ja immer sehr originell was man sich dafür Titel des EU Austritts für verschiedene Länder zusammengelegt hat AfD Position mit der EU Feindschaft wurde glaube ich auch zum Teil deswegen immer wieder ganz gut aufgenommen weil es eben diese zwei Momente vereint hat Zum einen wurde gesagt aus einer rechten Position was ja häufig unter den Teppich gekehrt wurde dass der Euro auch für die südeuropäischen Staaten einfach ein gescheitertes Projekt war dass es auch für diese Staaten nicht sinnvoll war den Euro anzunehmen und nicht in ihrem nationalen Interesse war und zu Verarmungen und den ganzen problematischen Austeritätsmaßnahmen vor Ort geführt hat das dann eben kombiniert aber auch natürlich mit diesem nationalen Interesse von es wird viel zu viel Geld nach da unten geschickt ich glaube deswegen konnte sie sich dann auch von so diversen zynischen Positionen von EU-freundlichen konservativen abgrenzen die einfach nur gesagt haben da wird Geld an die verschwendet aber wir haben kein Mitgefühl mit den Leuten die jetzt da unter der Austeritätspolitik leiden sondern die haben eigentlich diese beiden Momente ganz gut vereint und dann eben in so eine EU-Feindschaft gegossen an dem Punkt sieht man auch ganz gut dass auch aus einer Perspektive des Standortnationalismus von so einem liberalen deutschen Nationalismus verständlich wird warum diese Leute auch berechtigterweise sagen okay die AfD ist auch wirtschaftlich schädlich für dieses Land weil es führt einfach kein Weg aus einer kapitalistischen Perspektive an der Europäischen Union vorbei so die Europäische Union ist enorm wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland durch die Europäische Union hat man einfach eine viel größere Konkurrenzmacht gegenüber den anderen Regionen auf der Welt auch wenn es teilweise Unterschiede und auch Konkurrenz natürlich innerhalb der Europäischen Union gibt kann man doch trotzdem seine Kapazitäten zusammenlegen um dann zum Beispiel seine wirtschaftlichen Interessen irgendwo in Afrika durchzusetzen und dort dann halt mit irgendwelchen Kriegsschiffen die Handelsrouten sichern man kann über den unkomplizierteren Warenverkehr dass es halt so geringe Grenzen untereinander gibt einfach eine ganz andere Form der Gewinnmaximierung innerhalb der eigenen Region erzeugen und da könnte man jetzt unendlich weiterzählen man sieht es ja an Großbritannien was halt allgemein postuliert wurde stimmt halt auch einfach dass dieses Land halt so krass leidet unter dem Austritt aus der Europäischen Union es war schon davor in einer schwierigen Situation und jetzt gibt es eine richtig krasse Verelendung in einer der reichsten Länder der Welt natürlich spüren das halt natürlich nicht die reichen Leute oder die Unternehmen so stark gerade die Arbeiter in Klasse ist halt so am Arsch einfach in Großbritannien gerade und es gibt so krasse Kämpfe auch dort gegen diese Verelendungspolitik und das sind halt auch tatsächlich Folgen von genau diesem Austritt der stattfindet und nein wir sind keine Freunde der Europäischen Union und dieses ganzen Machtkonglomerats natürlich nicht aber einfach nur als Antwort so national Losungen wir gehen da raus dann wird die Welt halt heiter Sonnenschein das ist halt völliger Wahnsinn aber ich kann mir tatsächlich auch beim besten Willen nicht vorstellen wenn die AfD in eine Regierung kommt dass sie tatsächlich diesen Austritt auch durchsetzen könnte also ich glaube auch nicht dass es eben zu dieser angestrebten Reform kommen könnte was ich mir tatsächlich schon vorstellen könnte ist dass sie eben diese D-Mark Position noch stark machen wobei das auch also ich glaube wirklich entgegen aller anderen Sachen die in diesem Programm drinstehen und die die AfD fordert ist das eine der unwahrscheinlichsten Sachen überhaupt die passieren wird ja absolut und ich finde das bringt uns auch so ein bisschen zu der nächsten Frage der Außen- und Sicherheitspolitik wo man sich ja dann auch fragen kann okay mit der Europäischen Union hängt ja auch sehr stark das Verhältnis international zu anderen Staaten zusammen und der NATO beziehungsweise der UN und hier hat die AfD auch die Position dass Deutschland in NATO und UN verbleiben soll aber sieht Reformbedarf die NATO soll europäisch gestärkt werden und zum Verteidigungsbündnis auserkoren werden was sie natürlich jetzt nach formeller Selbstdarstellung eigentlich schon ist aber in der Realität ist das natürlich nicht wieder gespiegelt Deutschland soll einen Sitz im Sicherheitsrat der UN bekommen es soll eine Stärkung der Bundeswehr mit mehr Finanzmitteln und eine Wehrpflicht statt europäische Armee geben außerdem soll es und da können wir an unsere Folge zu Charity und Spendenkultur anschließen eine Entwicklungshilfe nach dem Maßstab des effektiven Altruismus geben da könnt ihr gerne nochmal reinhören wenn ihr da eine tiefe Auseinandersetzung haben möchtet und dieser soll eben gleichzeitig dann auch nationale Merkmale haben also es soll möglichst effektiv vor Ort geholfen werden mit dem möglichst großen Nutzen aber auch natürlich mit einem Nutzen für Deutschland aber und da finde ich gibt es eine spannende Beschränkung und da zitieren wir jetzt mal direkt Fluchtursachen in den Herkunftsländern müssen bekämpft werden auch wenn dies für die westliche Wirtschaft nachteilig ist da zeigt sich dann auch wie der Antiimperialismus der AfD ausschaut der geht nämlich so weit wie es zur Migrationsbeschränkung genutzt werden kann an dem Punkt finde ich die Position eigentlich relativ unspektakulär also könnte zum größeren Teil auch einfach eine CDU-Position sein also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt ja Stärkung der Bundeswehr mit mehr Finanzmitteln also ich glaube es gibt keine Partei mehr in diesem Land die das nicht fordert außer jetzt vielleicht noch die Linkspartei oder so da hat die Linkspartei mal ein Alleinstellungsmerkmal dass sie da halt eher dagegen spricht oder ich glaube auch Bündnisarabend würde das wahrscheinlich jetzt auch sagen dass man halt da nicht mehr so viel Geld reinpumpen soll der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen dass man halt hier ja diese nationale Losung halt noch natürlich stärker mit einbringt und das was eigentlich eh schon der Fall ist also dass es halt dass dieses ganze Konglomerat im nationalen Interesse ist wie es jetzt auch schon organisiert ist noch stärker fokussiert ja ich denke die zwei besondersten Punkte sind natürlich hier der Einfluss dann von der EU-Feindlichkeit dass man eben die nationale Armee und weniger internationale Zusammenarbeit haben möchte das ist ja auch was was immer wieder gefordert wird unter dieser ganzen Losung nationale Souveränität und das andere ist natürlich hier dass gezeigt wird die Frage Migration ist trotzdem immer noch federführend in allen anderen Themenfeldern auch weil das ist glaube ich was was man so in der Formulierung nicht bei CDU-Land finden wird dass man eben sagt wir brauchen eben Migrationsbeschränkungen die Verhinderung von Fluchtursachen selbst wenn das für jetzt beispielsweise geopolitische Ziele vor Ort nachteilig ist hierbei ist natürlich dann auch immer die ganze Frage das wird von der AfD immer so dargestellt nur die AfD wird sich ja auch in einem Staat nämlich der Bundesrepublik wiederfinden mit einer der größten Volkswirtschaften der Welt mit einer international extrem wichtigen imperialistischen Position mit einer geopolitischen Positionierung im Herzen des europäischen Kontinentes es ist immer absolut anmaßend finde ich wenn ohne eine genaue Vorstellung eine genaue Darlegung wie jetzt also da müsste man ja wirklich einen seitenlangen Plan ausarbeiten finde ich wenn man kapitalistische Marktwirtschaft haben möchte aber ausbrechen möchte aus eben der imperialistischen Einflussnahme auf anderen Staaten und auch die ökonomische Nutzbarmachung von Land und Leuten in anderen Staaten die einfach zwangsläufig daraus folgen ja absolut ich denke das kann man auch vielleicht noch ganz gut an so ein bisschen so Trump sehen als Vergleich klar hat Trump einige wirklich sehr weitreichende internationale Dinge verändert wo er halt das Verhältnis zu China zu Russland und so überarbeitet hat dort halt so ein bisschen versucht hat so America First was halt ja sein Leitspruch war umzusetzen gleichzeitig wenn man sich das halt anguckt A hatten viele Sachen echt auch schlechte Folgen für die amerikanische Wirtschaft wie mit diesen größeren Einführzollen von chinesischen Produkten nach den USA und gleichzeitig war das trotzdem sehr limitiert was er umsetzen konnte trotz dieser wirklich relevanten Veränderungen die er sogar durchgeführt hat im Vergleich zu anderen Staaten sicherlich Deutschland hat andere Möglichkeiten mit einer rechten Regierung Dinge international anzupassen als ein Staat der in der imperialistischen Hierarchie weiter runter steht einfach weil Deutschland es sich erlauben kann und USA kann sich natürlich noch mehr erlauben weil USA ganz oben steht das darf man nicht vergessen deswegen glaube ich schon dass die AfD sicherlich einige Reformen durchsetzen würde die weitreichend sind aber nicht in dieser Form wie die sich das selber ausmalen jetzt Ja und ein anderer Punkt in dieser ganzen Frage von Außen- und Sicherheitspolitik der extrem wichtig wie wir auch schon in der Geschichte der AfD gesehen haben für sie ist bei dem sie sich auch wirklich eine komplette Neuordnung der globalen weltpolitischen Karten vorstellt ist nämlich die Frage AfD und Russland es wird der Partei ja wirklich oft vorgeworfen sie sei die fünfte Kolonne Russlands in Deutschland das finde ich übrigens immer ganz witzig und spannend weil wir CDU Grüne etc. nie als fünfte Kolonne der Amis bezeichnen würden teilweise wird ja auch sogar von anderen Konservativen das habe ich auch schon in Interviews gehört behauptet die prorussische Haltung sei ihr tatsächliches Alleinstellungsmerkmal man muss sagen zum Teil stimmt ist dass die AfD viele wichtige prorussische Aktivisten bei sich vereint sie die prorussischste Partei im Bundestag ist auch mit Einzelpersonen beispielsweise mit Hans-Jürg Müller ein ehemaliges Mitglied des Bundestags der inzwischen Moskau-Korrespondent für das Kompaktmagazin ist und solchen Leuten wie dem AfD-Chef von Sachsenjörg Urban der sich sogar mit Alexander Dugin getroffen hat ein recht wichtiger russischer neurechter Ideologe ja und trotz alledem wird die Partei wie sich letzterer das vielleicht wünscht nicht in einem eurasischen Bündnis von Deutschland Ungarn und Russland zusammen dann mit dem Iran und Syrien den Westen in die Knie zwingt weil das ist muss man auch so sehen das ist eher eine schöne Erzählung der einige AfDler dann anhängen aber die breite AfD Position und auch das was man in Wahlprogrammen und auch im Grundsatzprogramm findet möchte er Deutschland aus den großen Konflikten zwischen USA EU und Russland raushalten und möglichst günstige Bedingungen als Brücke zwischen beiden rausschlagen es wäre wirtschaftlich und militärisch eine absolute Katastrophe wenn Deutschland sich von den USA komplett lossagen würde und ein direktes Bündnis mit Russland gerade in der jetzigen Situation anstrebt wir sehen ja allein jetzt schon was es für Folgen für Deutschland speziell energiepolitisch hat dass man aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland ganz ausgestiegen ist also jedes komplette Ausscheren aus irgendwelchen wie er jetzt entstanden ist hat dramatische Folgen für die eigene Bevölkerung und das muss auch den Leuten die AfD wählen oder die sie vertreten oder so ja auch klar sein wenn man halt das so popularisiert mit dieser ganzen Frage mit Russland dass man sich da rausgezogen hat ja noch doppelt dreifach vierfach dramatischer oder noch mehr was weiß ich das kann man gar nicht bemessen wie dramatisch das wäre jetzt halt irgendwie die weitestgehende Zusammenarbeit mit den USA einzustellen oder sehr sehr stark einzuschränken weil da ist ja eine ganz andere Verwobenheit vorhanden diese expliziten Träumereien müssen eher als Scheinradikalität also verstanden werden man haben aber auch noch ein zwei andere Gründe erstens lassen sich prorussische Milieus in Ostdeutschland Kriegsgegner oder bei Russlanddeutschen erschließen wobei tatsächlich die Beliebtheit der AfD bei Russlanddeutschen wie neue Untersuchungen zeigen deutlich überschätzt wurde und zweitens ist es eine ziemliche Aufwertung als AfD-Politiker gute Beziehungen zu Russland zu haben politisches eigene Ego verschafft professionelle Außenwahrnehmung und so weiter und das finde ich ist auch eine wieder relevante Frage zur AfD wir haben ja den Populismus behandelt vieles tut die AfD auch einfach aus populistischen Gründen weil sie sich einfach davon erhofft mehr Wählerschichten zu erreichen und indem sie halt immer so eine Kontraposition einnimmt zu der herrschenden Politik einfach immer das Gegenteil zu tun was alle anderen sagen kann sie natürlich auch jedes Mal in all diesen Konflikten dann ein gewisses Milieu an Leuten erreichen die das halt dann auch anders sehen Ja und damit kommen wir mal zu einem Punkt wo sie eigentlich mal wirklich nichts sonderlich anderes als viele andere Parteien sagt und eigentlich in die gleiche neoliberale Kerbe reinschlägt die so viele andere Parteien in Deutschland auch reinschlagen nämlich bei der Thematik Arbeit und Soziales die AfD will Reform beim Arbeitsrecht tatsächlich der Mindestlohn soll beibehalten werden um den Lohndruck durch Migranten zu verhindern und zu verhindern dass der Staat durch Sozialkosten Niedriglöhne auffangen muss also auch als Sparmaßnahme es wird da tatsächlich auch Gewinne privatisieren Sozialisierung der Kosten kritisiert nämlich dann eben in der Frage der Sozialkosten Hartz IV wie es jetzt existiert aber das ist auch eine Position die in aktuellen Wahlprogramm weitergeführt wird jetzt auch eben dann mit dem neuen Namen Bürgergeld das alles soll in aktivierende Grundsicherung geändert werden das bedeutet der Betrag der vom Staat gezahlt wird verringert sich bei steigendem Nebenverdienst und soll nicht mehr so stark wie aktuell bei Bürgergeld verrechnet werden das heißt die Leute sollen eben einfach mehr davon haben wenn sie Bürgergeld beziehen aber gleichzeitig nebenbei arbeiten gehen gleichzeitig soll aber nach halbjähriger Karenzzeit die Empfänger zu gemeinnütziger Bürgerarbeit verpflichtet werden über 15 Stunden in der Woche und bei Weigerung diese Bürgerarbeit auszuführen werden nur noch Sachleistungen über eine Karte gegeben also so wie wir das jetzt schon mit der Bezahlkarte bei Asylbewerbern gehört haben aber es wird auch drüber gesprochen ob die Leute dann tatsächlich einfach nur Marken bekommen sollen diese werden dann auch verpflichtet sich ortsnah aufzuhalten das ist jetzt auch nochmal in einem Antrag an den Bundestag aktualisiert worden das finde ich auch besonders spannend da gerade bei Arbeitslosen die AfD die beliebteste Partei ist nach einer Insa-Umfrage von 2023 Ja das ist ja auch wenn man sich die Kritik an der AfD von links anhört ist es ja auch so diese primären Punkte also wir haben auf der einen Seite eben die Kritik am Rassismus der AfD aber wir haben auf der anderen Seite halt vor allen Dingen die Thematisierung der sozialen Fragen wir kommen ja auch gleich noch zu anderen sozialen Fragen aber das finde ich auch richtig und wichtig dass man das halt ganz klar macht dass die Leute da einfach gegen ihre Interessen wählen also das wirklich jetzt in dem Fall wie in dem Beispiel 30% WählerInnen schafft bei den Arbeitslosen bedeutet halt diese 30% wählen aktiv dafür dass sich ihre materielle Situation und ihr gesellschaftlicher Stand der damit einher geht ja noch weiter verschärft eh schon ist für erwerbslose Menschen der Stand in Deutschland ja super marginal was die gesellschaftliche Diskussion und die Marginalisierung angeht ein Thema worüber wir auch sehr wenig bisher bei Übertragen gesprochen haben by the way wäre vielleicht mal spannend aber was wir ja gerade erlebt haben auch an öffentlicher Hetze speziell so um Weihnachten herum ist ja der Wahnsinn das ging ja durch alle Medien hindurch und wurde dann halt jetzt abgelöst vom Israel-Palästina-Konflikt in dem Fall zum Glück muss man sagen dass das dadurch gestoppt wurde so eine Partei wie die AfD die das halt zu so einem Thema macht und das halt noch weiter verschärfen will das geht ein dann geht natürlich auch eine Rhetorik damit einher die sich halt verschärft und eine weitergehende Marginalisierung von Menschen und eine weitere Internalisierung von dieser Arbeitsideologie die wir in Deutschland sowieso auf Koks haben so was halt ja eine absolute Basic-Ideologie dieses Staates und dieses Staatsgebietes ist dass man sich über Lohnarbeit definiert was ja selbstverständlich maximal zu hinterfragen ist weil wer will schon seinen Lebenssinn darüber stiften fremdbestimmt von der Jugend bis ins Grab zu schuften Ich finde da ist es auch immer wieder wichtig zu betonen weil ganz häufig werden ja auch unsere anarchistischen Positionen dazu dann einfach nur als so ein stumpfes Arbeit ist Scheiße wahrgenommen aber uns geht es ja auch darum dann zu sagen was eigentlich für eine Identitätsstiftung auch Arbeit kreative Verausgabung der eigenen Kraft sein sollte und eigentlich in einer wirklich befreiten Gesellschaft wo wir selber über unsere Arbeit entscheiden können wo wir gemeinsam uns mit den Leuten in unserem Betrieb organisieren und die Entscheidungen gemeinsam treffen dann auch wäre was die AfD aber in dem Fall macht ist ja auch sie nimmt eigentlich immer dieses auch gesellschaftlich geschaffene Bild vom faulen Arbeitslosen weil das muss man ja auch nochmal dazu sagen dass das auch einfach eine komplette Fehldarstellung ist wir hatten ja auch Gott sei Dank dann im Winter wo diese ganze Diskussion groß war dann auch Gegenuntersuchungen die gezeigt haben dass diese sogenannten Totalverweigerer wirklich eine unfassbar kleine Zahl sind um dann eben Maßnahmen durchzusetzen die einfach nur eine weitere Marginalisierung der Leute bedeuten und da muss man ja auch nochmal sagen bei dieser ganzen Frage von Sicherheitspolitik die sich ja so groß auf die Fahnen schreibt das was diese soziale Marginalisierung angeht das fehlende soziale Auffangnetz wie wir es beispielsweise aus den USA kennen ist ja am Ende des Tages dann auch wieder das was Armut, Elend und auch sicherheitspolitische Probleme extrem viel mehr Kriminalität am Ende des Tages fördert ja welche Punkte Armut und Kriminalität auch extrem fördern können ist eine schlechte soziale Familien- und Kinderpolitik zu dieser Frage hat die AfD natürlich auch eine Meinung die Familie soll ins Zentrum gerückt werden ich glaube es steht in keinem anderen Wahlprogramm dieser Welt anders Familien werden als Keimzelle der Gesellschaft bezeichnet zu einem starken Sozialstaat für Familien schwacher Sozialstaat für nonkonforme also zum Beispiel queere Menschen geben Familien sollen durch diverse Leistungen finanziell gestärkt werden beispielsweise durch Familiensplitting bei Steuern auch entlastet arbeitsrechtlich sollen Pausen nach Geburt und Teilzeit einfacher gemacht werden Kindererziehung und Pflege soll durch Sozialleistungen besser entlohnt werden und einen früheren Renteneintritt ermöglicht das finde ich ganz witzig das klingt eigentlich so ein bisschen wie die linke Forderung nach der Entlohnung von Care-Arbeit die bislang unbezahlt ist aber im Endeffekt handelt es sich hierbei um eine ja man kann eigentlich sagen erziehungspolitische Maßnahme um der demografischen Entwicklung die eigentlich mit so einer modernen kapitalistischen Marktwirtschaft einfach an sich mitkommt entgegenzuwirken es wird auch in dem Wahlprogramm betont dass Menschen die sich der gesellschaftlichen Aufgabe des Kinderkriegens nicht stellen wollten am Ende auch noch belohnt werden und gleichzeitig soll dann eben durch noch verschiedene Maßnahmen eine Erhöhung oder einen Erhalt der Bevölkerung erzeugt werden zum einen eben durch eine Verringerung der Abtreibung durch Anbieten von Sozialleistungen Adoption Ausrichtung der Beratung auf das Abraten von Abtreibung das alles wird dann eben unter dem zynischen Titel Willkommenskultur für Ungeborene bezeichnet bedeutet aber wenn wir uns mal genauer angucken was eben Abtreibungsgesetzgebung für Frauen bedeuten einfach nur unfassbares Leid und zum anderen wird dann noch der Punkt der Rückkehranreize für Deutsche im Ausland angesprochen weil sich eben sehr darüber aufgeregt wird dass so viele Deutsche in andere Länder ziehen im weitesten Sinne ist dieser Punkt eigentlich der Versuch das was wir in unserer Folge Volk und Demografie behandelt haben die Lücken zu schließen die man dann mit einer rigoroseren Migrationspolitik noch verschlimmert also wir haben ja aktuell in Deutschland eine Politik die eher versucht den demografischen Wandel der ja für den Standort Deutschland katastrophal ist also dass einfach es sehr sehr viele alte Menschen gibt sehr wenig junge Menschen gibt durch Migration aufzufangen dass es halt einfach billige Arbeitskräfte gibt junge Arbeitskräfte gibt die halt die Scheißjobs machen und gut bezahlte gut qualifizierte Arbeitskräfte abgeworben werden sollen aus anderen Ländern und das alles versucht man jetzt anders zu regeln von der AfD aus dass man das eben über ja den biologisch deutschen Volkskörper irgendwie versucht wieder so her zu richten dass er von alleine in der Lage ist diesen Wohlstand der in Deutschland existiert halt zu erhalten so würde ich das insgesamt lesen das funktioniert einfach null also klar kann man sicherlich etwas ausrichten was das angeht wenn man das jetzt fokussiert natürlich kann man da Reformen machen und die auch wichtig wären also da ist ja eine Wahrheit drin dass es so wenig oder auch falsch gesetzte Familienförderung gibt weil es auch wirklich schwer ist für Familien oft mit dem Geld auszukommen gerade für Alleinerziehende und so was da das Konzept ist ist glaube ich in dem Parteiprogramm nicht definiert was ja auch nochmal besonders spannend wäre aber das ist allein schon biologisch viel zu langsam um den Wirtschaftsstandort Deutschland wie wir ihn jetzt haben zu erhalten das ist denen halt offensichtlich nicht bewusst oder sie ignorieren halt diesen Fakt populistisch einfach das sind halt Maßnahmen selbst wenn du die alle perfekt umsetzt und selbst wenn du daran glaubst dass das halt was bringt das sind halt Sachen die über Jahrzehnte funktionieren höchstens und einfach zum Beispiel mehr Leute abzuwerben aus anderen Ländern die wichtige Arbeitsplätze ausfüllen oder Scheißshops machen das geht halt unmittelbar ja und dass teilweise das noch mit aufgenommen wird das finde ich ganz spannend da werden wir auch noch an einem späteren Punkt zu kommen aber da kann man auch sagen zu einem Teil stimmt es es ist den Leuten auch ein bisschen egal also es gibt sowohl im Programm selber als auch bei unterschiedlichen Papieren der AfD auch die Aussage dass es ganz natürlich ist dass es auch eigentlich okay wäre in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland wenn die Bevölkerung einfach ein bisschen zurückgeht dass das natürlich dann gleichzeitig auch die immense Belastung weiterhin von dem Sozialnetz durch die Überalterung bedeutet das wird da nicht so explizit angesprochen aber zu einem Teil ist es tatsächlich so dass die Leute sagen wie da hier auch diese ganze Frage von eben der Zusammensetzung Deutschlands der demografischen nachkulturellen und ethnischen Gruppen ist uns einfach viel wichtiger als die Frage ob wir das jetzt hier optimal demografisch erhalten und das führt uns ja dann auch zu dem zentralen Punkt Kultursprache und Identität im Programm wird die deutsche Leitkultur das ist ja ein Begriff der immer wieder in Diskussionen um eben den Kulturkampf in Deutschland angeführt wird eigentlich recht klar definiert die AfD stellt sich das als eine Mischung aus den christlichen Wurzeln der deutschen Kultur eine wissenschaftlich humanistischen Tradition und der rechtlichen Grundlage Deutschlands im römischen Recht vor gleichzeitig soll die deutsche Sprache national im Grundgesetz als Staatssprache wie sie das beispielsweise in Österreich ist festgeschrieben werden und international gefördert werden weil es gibt ja auch deutschsprachige außerhalb von Deutschland gleichzeitig stellt sie sich dann Multikulturalismus und Gendern entgegen die als ja im Endeffekt Gegentradition dazu definiert werden aber als wirkliche kulturelle Hauptbedrohung wird der Islam aufgemacht in dem Programm bezieht man sich dann auch auf die Kairoer Erklärung der Menschenrechte von 1990 durch die Organisation für Islamische Zusammenarbeit die eben zeigen soll dass die gemeinsame islamische Welt kulturell den westlichen Werten entgegensteht und der Menschenrechtskonvention die aus ihr entstanden ist und das ist sogar finde ich ein recht interessantes Dokument weil es eben dann von verschiedenen Vertretern der diversen islamischen Länder zusammen verfasst wurde und so ein bisschen die damalige Debatte um Islam und Menschenrechte ganz gut darstellt und im Endeffekt kann man den Inhalt so zusammenfassen es ist Menschenrechte ja aber mit Basis in der Scharia und solange sie mit dieser konform sind also es wird eigentlich immer gesagt das und das ist ein universelles Menschenrecht solange es mit der Scharia konform geht tatsächlich wurde die aber was die AfD 2016 natürlich noch nicht wissen konnte 2020 mit einer Version abgelöst die die Scharia nicht als Basis nutzt aber auch weiterhin widersprüchlich in vielen Fragen ist und wo tatsächlich so Fragen von staatlicher Souveränität dann im Vordergrund stehen und es eher so einen Bezug auf vage islamische Werte gibt so Sachen wie kein Schutz queere Leute auch mit drin sind ja und die AfD zieht eben daraus eine Unvereinbarkeit des Islam mit der deutschen Leitkultur und möchte nach französischem Vorbild staatlich gegen Verschleierung vorgehen fordert eine Orientierung der islamischen Organisationen an liberalen deutschen Kirchen möchte ihnen aber keine rechtliche Gleichstellung im gleichen Atemzug dann zugestehen und dann auch wie es beispielsweise in der Schweiz ja auch Thema von Volksabstimmung war Minarette und den Mursinruf verbieten und die Auslandsfinanzierung einstellen und die Imam-Ausbildung nach deutscher Leitkultur in deutscher Sprache organisieren im Endeffekt damit dann auch dafür sorgen dass es eine Entwicklung eines patriotischen deutschen konformen Islams gibt ja das ist erstmal vielleicht ein Punkt der wirklich überraschend ist wo wenn man sich jetzt mit der AfD nicht auseinandersetzt erstmal denkt okay die wollen halt generell den Islam ganz Ostdeutschland raus haben und wollen halt das möglichst wegdrängen ist natürlich auch die Frage wie jetzt die aktuelle Position ist oder ob die Position nach wie vor wie vor acht Jahren aktuell ist natürlich es gibt Abstufungen was hier was hier die liberalen Parteien nicht fördern oder wollen wie jetzt halt zum Beispiel irgendwelche Minaretten zu verbieten und sowas aber was es ja schon gibt ist das ganze Thema mit der Imam-Ausbildung das wird ja gerade sehr stark fokussiert dass halt die Imame nicht mehr in der Türkei und so weiter ausgebildet werden sondern eben in Deutschland und dementsprechend auch ja so eine Form von liberalisierten deutschen patriotischen Islam gefördert werden soll darin unterscheidet sich jetzt die AfD dann ja in diesem einen Punkt jetzt in dieser Auflistung auch nicht von dem was auch gerade aktuell passiert ich denke mal was sie sich da wünscht ist aber auch einfach noch ein bisschen anderes also gerade die linksliberalen Kräfte im deutschen Bundestag Teile von SPD aber vor allem die Grünen die stellen sich ja auch wirklich linksliberalen Islam dann darunter vor der daraus entstehen soll und bei der AfD geht es glaube ich wirklich primär um die Förderung der deutschen Sprache das eben auf Deutsch gepredigt wird das gibt es natürlich jetzt auch schon im islamischen Fundamentalismus aber es steht logischerweise natürlich der Zielsetzung der AfD entgegen und eben diese ganz klare Bekenntnis zur deutschen Nation und wenn die Leute jetzt dann in den deutsch-islamischen Moscheen dann beispielsweise queerfeindlich sind ich glaube da hätte die AfD jetzt auch kein großes Problem mit ja absolut aber trotzdem muss man ja sagen dass es ein interessanter Punkt ist wo dann halt jetzt auch so eine NPD oder so halt sehr rigoros sagen würde ja ja wir sind aber das Original und guckt euch doch mal an wie die AfD was die für ein Verhältnis zum Islam dann am Ende des Tages hat weil man kann ja jetzt auch argumentieren aus so einer rechtsradikalen Perspektive okay toll aber ist es ja trotzdem dann auch eine Voranschreiten der Islamisierung Deutschlands weil wenn diese Leute jetzt auch noch alle total super auf Deutsch predigen können und sich sogar in ihren Gedankengängen und dem was sie da aussprechen halt an die deutsche Kultur anpassen dann ist das doch noch viel anschlussfähiger dieser Islam an die deutsche Gesellschaft als er vorher war könnte man jetzt aus rechtsradikaler Perspektive der AfD vorhalten ich weiß es nicht beispielsweise wenn ich als Jugendlicher ich bin auch natürlich in der Gegend mit recht vielen Muslimen aufgewachsen wer weiß ich hatte damals auch muslimische Freunde die versucht haben mich vom Glauben zu überzeugen wenn es die Möglichkeit gegeben hätte kulturell sehr nah wirklich einen explizit deutsch-traditionellen Islam auszuleben wer weiß das ist natürlich ein recht interessanter Gedanke den du da aufmachst aber ich würde auch den Punkt nicht so stark betonen weil ich finde das ist wirklich eine zweigleisige Politik auf der einen Seite soll natürlich dieser patriotische deutsche Islam aufgebaut werden aber gleichzeitig haben wir ja auch die unfassbare Härte die wir daraus lesen können gegenüber islamischen Glaubensgemeinschaften und auch einer Repressionspolitik es ist halt Zuckerbrot und Peitsche wenn man so will und daraus dann eben diese Einbindung einer als Störkraft wahrgenommenen und nicht loyal genügenden Bevölkerung innerhalb der deutschen Gesellschaft die dann daraus wieder eingebunden in so ein patriotisches Projekt werden soll Ja das ist das Ganze eine andere Gangart Hütte als das was gerade passiert sieht man ja auch an den Umgang mit diesem Thema wie er in Schulen und Hochschulen praktiziert werden solle dort ist der Gedanke dass man Koranschulen schließen möchte der deutsche Islam als Islamunterricht in den Schulen unterrichtet wird der Sexualunterricht also hier auch wieder diese Zweischneidigkeit zwischen auf der einen Seite so Kontrolle Repressionen und Einschränkungen dessen was die islamischen Gemeinden machen wollen und auf der anderen Seite dann halt aber auch Ermöglichungen unter bestimmten ideologischen Gesichtspunkten die man darin dann implementieren möchte ich meine unsere Position generell zu Religionen ist ja dass wir halt tatsächlich auch Religionen einschränken wollen also erstmal alle und nicht nur und nicht nur den Islam sondern halt auch das Christentum und so weiter aber halt eben nicht unter einer Form von jetzt Repressionen gegen Einzelne dass wir halt auch wollen dass es halt einen Entzug von zum Beispiel Finanzmitteln für diese Religionen gibt also dass man halt immer mehr guckt dass es halt immer mehr Privatsache wird auch so eine Religion auszuleben und diese nicht mehr so einen mächtigen Stand innerhalb der Gesellschaft haben bei der AfD passiert das Ganze sehr selektiv gegen den Islam das Christentum wird an dieser Stelle ja sogar gefördert also wird ja herausgehoben dass man dieses zwar in einer Verbindung mit diesen wissenschaftlich humanistischen Traditionen sieht aber hier gibt es ja auch wie jetzt auch in den anderen Parteien wie jetzt die CDU oder so die es ja sogar dann noch im Namen trägt wird es ja auch eine Fortsetzung von der Förderung der Kirchen geben und sogar teilweise vielleicht sogar noch eine Rückbesinnung auf reaktionärere Zeiten weil ja von der AfD sicherlich auch sehr kritisch gesehen wird dass es eine sehr starke Liberalisierung in mancherlei Hinsicht von den Kirchen gibt was jetzt so Queerness und Offenheit bei Migrationsfragen und Schützen von Geflüchteten und so weiter gibt sondern dass man halt dann speziell in dieser Familienfrage auch die Kirchen ja dann sicherlich auch wieder so einen reaktionären Kurs bringen möchte es gab ja zeitweise auch natürlich mit dem Gesicht Beatrix von Storch aber es war ja nicht nur sie sondern es waren ja etliche Leute in der AfD die auch zu diesem deutlich kleineren und nicht so viel diskutierten christlich-fundamentalistischen Flügel gehört haben der aber auch entgegen jetzt dem national-konservativen beziehungsweise Rechtsradikalen einfach auch an deutlichem Einfluss verloren hat und wo man ja auch davon ausgeht dass das möglicherweise da werden wir zum Ende auch noch kommen eher was ist was sich dann auch natürlich aufgrund der ausbleibenden Wahlerfolge dieser diversen Kleinstparteien Partei Bibeltreuer Christen was glaube ich jetzt Bündnis C heißt dann möglicherweise auch in der Parteineugründung der Werteunion vereinen werden und ich glaube das ist auch unter anderem der Grund warum das jetzt auch nicht so stark sich in dem Parteiprogramm findet diese Leute gibt es definitiv noch aber sie haben eigentlich auch so ein bisschen den Richtungsstreit da verloren aber ich glaube dieser Grundbezug auf eben christlichen Konservatismus wird sicherlich immer zu einem gewissen Grad interessant für Leute in der AfD bleiben ein Thema was für die AfD auch immer interessant bleiben wird und was wir auch schon gerade angeschnitten haben worin sich dann die Position zu den Fragen der Bildung in den Schulen und Hochschulen weiter manifestiert ist dass man den Sexualunterricht da den Wert auf die Aufklärung setzen möchte und dort eben auch eine Aufklärung über Queeridentitäten vage kritisiert sowie Gender Studies als Studiengang die Wissenschaftlichkeit aberkennen möchte sowie die Förderung einstellen möchte das ist ja ein absolut so in der Propagandaschlacht ein ganz zentrales Thema diese ganzen Fragen um Sexualität um Queerness und ja ein absolutes Kampffeld generell diese Frage worin sie sich auch so sehr fundamental von dem liberalen Nationalismus in Deutschland unterscheiden der da sehr sehr stark darauf eingegangen ist und auch betont dass es hier eine wichtige kulturelle Unterscheidung zwischen ihnen und der AfD gibt wo halt die liberalen Parteien halt zumindestens nach ihren Verlautbarungen eben sich für Queerrechte halt mittlerweile sehr stark machen selbst wenn es dann oftmals nicht in den gesetzlichen Anpassungen der Fall ist und auf der anderen Seite die AfD die halt da dagegen steht finde ich von beiden Seiten halt eine absolute Überhöhung was daraus gemacht wird aus diesem Thema und so eine so eine fast schon fanatische Versteifung da drauf und natürlich in der Darstellung der AfD absolut lächerlich dass halt dann da behauptet wird die Kinder würden irgendwie indoktriniert werden jetzt alle halt irgendwie Transfrauen oder Transmänner zu werden so in der Linie wo es gerade halt sag ich mal in diesen Bereichen auch ein paar gesellschaftliche Fortschritte gibt wo halt über Sexualität und bestimmte Identitäten halt offener gesprochen werden kann probiert halt die AfD das ganze Rad wieder irgendwie zurückzudrehen und den Leuten halt da einfach eine diffuse Angst zu vermitteln vor Leuten die einfach nur eine andere Vorstellung von ihrem Geschlecht von ihrer Sexualität haben und ja an und für sich jetzt gar nicht konkret halt irgendwen gefährden oder so aber ja man empfindet das eben dann als konservativer Mann als rechter Mann als Gefährdung es gibt ja auch dann sozusagen diese reale Gefahr die schon immer jetzt speziell an schwule und lesbische Menschen halt getragen wird so ja die können die bekommen halt dann keine Kinder und so weiter sind deswegen schädlich für den Volkskörper und sind allein deswegen halt eine Bedrohung ja und ich glaube das Ganze lässt sich auch einfach immer sehr gut von rechter Seite in dieses ganze Narrativ über die Dekadenz der Eliten einweben das ist ja eigentlich was was wir mit den frühsten Anti-Elite-Äußerungen schon immer hatten wie im antiken Griechenland wo das ja auch dann ich glaube bei Platon wird das behandelt dass dann ein Mann aus der Elite gezeichnet wird der im Krieg dann weil er einfach nur zu Hause hockt keine harte Arbeit macht dann überhaupt nichts mehr auf dem Schlachtfeld taugt komplett nutzlos ist aber auch darüber hinaus wird ja gerne in so einem populistischen Bild die Elite als komplett unfähig zu harter Arbeit gezeichnet und eine die sich dann nur um Identitäten und um nichtproduktive Arbeit am Ende des Tages dreht das zeigt sich ja dann häufig auch in diesem ganzen Wettern gegen geisteswissenschaftliche Fächer wobei wir jetzt mal eigentlich dann Philosophiegeschichte Jura-Wirtschaftswissenschaft und so rausnehmen können aber gerade dieses Thema Gender Studies oder so kritische Sozialwissenschaften wird ja dann auch häufig so dargestellt als würden die ganzen Kinder von der Elite die würden ja nichts anderes machen die werden dann an irgendwelche Unis geschickt und die drehen sich dann nur um diese ganzen Fragen Gender Identität Kultur Postmoderne Theorie und die arbeiten eigentlich nichts mehr richtiges deswegen passt das ja auch so gut dass die AfD dann eben ihrem Programm auch diese Gegenüberstellung macht zu den MINT-Fächern die eigentlich genau entgegen zu diesen Sachen dann wieder gefördert werden sollen also Mathematik Informatik Naturwissenschaften und Technik und im Endeffekt passt das dann auch einfach wieder genau in dieses perfekte Bild produktives Volk und produktive sich um sich selbst drehende von den Massen entfernte Elite ja ansonsten kann man noch zu der ganzen Frage von Schule und Hochschulen sagen dass im Endeffekt das einzige was die AfD fordert ja eine durch und durch konservative Haltung ist sie möchte einfach das aktuelle Schulsystem so wie es ist beibehalten und die Einheitsschule verhindern das ist glaube ich auch ein Thema wenn ihr da tiefer zu unserer Position nochmal eintauchen müsstet was wir auch kritisch sehen an der Schule generell so wie sie jetzt existiert aber auch am dreigliedrigen Schulsystem wir haben auch mal eine eigene Folge zu der ganzen Thematik Schule gemacht ja das heiß diskutiertes Thema rund um die AfD ist die Einwanderung die Integration und Asylpolitik dazu kommen wir jetzt sie ist im Prinzip der zentrale Baustein mittlerweile der AfD geworden und zieht sich ja auch in allen anderen Punkten rein wir haben es jetzt in ein paar Punkten auch gemerkt dass es immer wieder eine große Rolle spielt diese Frage hier hat die AfD das kanadische und australische Modell als Vorbild ja was meinen sie mit australischem Modell da geht es eigentlich um die Einrichtung von Zentren und Staaten außerhalb Deutschlands in Australien wird das beispielsweise so gemacht dass Geflüchtete in Lager gebracht werden beispielsweise auf der Weihnachtsinsel auf Nauru oder in Papua-Neuguinea ich glaube gerade das Zentrum in Nauru stand auch extrem wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik und dieser australische Teil dient hier dann natürlich der Abschreckung Leute die nach Deutschland kommen sollen nicht hier untergebracht werden und direkt ja ein Ankommen ermöglicht werden und ein erster Kontakt sondern sie sollen eben außerhalb von Deutschland in Zentren geschafft werden die auch teilweise dann miserable Bedingungen natürlich haben die Verfahren sollen dann vor Ort durchgeführt werden und damit soll natürlich dann eben eine Abschreckungsleistung für die Leute geschaffen werden die man überhaupt nicht hier haben möchte auf der anderen Seite soll es dann aber auch Anreize und Auswahl für Gewollte geben und da ist eben das angesprochene kanadische Vorbild ein System in dem es so ein Punktesystem nach Qualifikation und Berufserfahrung gibt wonach dann Fachkräfte in Kanada die Einreise ermöglicht wird und damit möchte man dann eben zu einem gewissen Teil über Migration dann auch wieder diesen Mangel an Arbeitskräften in Deutschland füllen Es geht um eine komplette Schließung der EU-Außengrenzen eine Kontrolle der deutschen Grenzen Reform des Asylrechts um schwerer an Asyl zu kommen und Einwanderern aus EU-Ländern den Bezug von Sozialleistungen zu erschweren Spannend auch hier wieder wie bei der Sicherheitspolitik Zitat Die AfD bekennt sich dazu ökonomische Fluchtursachen zu vermeiden auch wenn dies für die westliche Wirtschaft zunächst Nachteile mit sich bringen könnte Dazu gehört beispielsweise ein Exportstopp für hoch subventionierte landwirtschaftliche Erzeugnisse nach Afrika die dort die lokalen Märkte ruinieren und den Menschen ihre Lebensgrundlage ernehmen Dasselbe gilt für den Export von Waffen Altkleidern Giftmüll und andere westliche Abfallprodukte sowie für die EU-Fischerei vor den afrikanischen Küsten Ist auf jeden Fall wieder ein sehr spannender Punkt weil hier dann auch dieser vorhin schon postulierte Antimperialismus wieder so ein bisschen rauskommt Also dass man dann tatsächlich das anerkennt dass man die Leute auch hierher bringt durch die eigene Schuld was die Produktion den Export von Gütern die Verelendung das Ausrauben von Ressourcen angeht wird natürlich jetzt nicht annähernd so beschrieben wie es jetzt der Realität entspricht aber trotzdem wird es halt drunter wirklich honoriert dass es irgendwie stattfindet wobei mittlerweile leben wir auch in einer Zeit wo das halt so offensichtlich dokumentiert und dass es jetzt auch keine großartige Leistung ist das irgendwie mal festzustellen das muss man natürlich auch dazu sagen Aber ich meine bei rechten Parteien darf man das anerkennen probieren aber insgesamt das Asylrechts Menschen jetzt schon oft eine beten Mutombos verwendet wird einfach den Bezug und das sorgt und das sorgt wo die Befürchtungen verpflichtet sind macht kommen für alle pro russische Unternehmen einfach durch die Monopoltendenz im Kapitalismus zu sprechen und auch mal aus einer linken Position sowas wie beispielsweise die Mehrwertsteuer zu kritisieren und vor allem auch die sukzessiven Mehrwertsteuererhöhungen die meiner Meinung nach die ungerechteste Steuer wäre Ja die einzige linke Kraft die da sehr wirklich behandelt sind dann halt ist halt die Linkspartei mit der Vermögensteuer und so dafür kennt man sie ja auch aber wie sieht es eben die AfD die AfD möchte wie zu erwarten war die Steuerlast verringern das ist ja auch eine klassische populistische Forderung da das Ganze auch einfacher umzusetzen ist als eine Erhöhung des Lohnes dann fordert sie eine Obergrenze für Steuern also eine Steuerbremse um neue Abgaben zu verhindern Diese Leute waren sich echt nicht zu schade 2016 so jeden von diesen Meme-Begriffen aus der Migration irgendwie in dieses Programm für irgendwas reinzuhauen also wirklich Es muss halt in jedem Thema irgendwie zumindest als Anspielung vorkommen Dann geht es ihnen auch darum Vermögens- und Erbschaftssteuer abzuschaffen was top für Reiche ist und das Ganze wird dann als große Wohltat für den Mittelstand verkauft Es geht ihnen auch darum das Bankengeheimnis wieder einzuführen also endlich wieder problemlos Geld in die Schweiz schaffen wenn man es dann irgendwie als AfD mal für einen Wahlzyklus an die Macht schafft dann die großen Geldschubkarren die man dann in der Regierung und durch irgendwelche Parteien Spenden abgattert schön in die Schweiz schaffen Es geht ihnen auch um Familienförderung durch Familiensplitting das hatten wir ja schon mal Vielleicht auch einmal dazu als Erklärung was die mit Familiensplitting meinen ist eigentlich das was es jetzt schon beim Ehegattensplitting gibt wo dann das Einkommen zusammengerechnet und auf beide Köpfe verteilt wird und dann erst versteuert was ein Steuervorteil gegenüber der Individualversteuerung gegenüber der Individualbesteuerung bedeutet deswegen auch häufig gesagt wird die Ehe als Gemeinschaft hat steuerliche Vorteile gegenüber allen anderen Lebensgemeinschaften das wird dann natürlich auch eine immense Ersparnis bei großen Familien bedeuten und ist tatsächlich auch was was in anderen Ländern auch von diversen politischen Kräften immer mal wieder angesprochen wird zusammenfassend kann man aber festhalten dass bis auf Kleinigkeiten es eigentlich um eine Steuerpolitik wie bei der Wirtschaftspolitik wir das auch schon gesehen haben für die Reichen geht also auch wieder eine Partei die nicht erst korrumpiert werden muss von der Macht wenn sie mal erlangen sollte die Kohlen aus der ArbeiterInnenklasse zu pressen sondern die das schon von sich aus erstmal anbietet was natürlich auch nicht verwundert weil sie ja als eine aufstrebende Volkspartei ja jetzt auch schon im Bunde mit Teilen der Kapitalistenklasse steht und logischerweise auch deren Interessen vertritt und vertreten möchte aber es ist eben immer wieder wichtig zu betonen was ja immer auch generell dieses Absurde ist wenn man sich die politische Rechte als Alternative zu dem Status Quo anguckt das ist immer dieses Schizophrene was ich auch bei Trump halt nie verstehe wie halt Menschen diesen Menschen der halt gigantische Hochhäuser die halt vergoldet sind wo halt sein scheiß Name oben drauf steht als jetzt den großen Erretter der halt gegen das Establishment und gegen irgendwie die Reichen kämpft sehen und das tun die Leute ja wirklich und das tun auch Leute bei der AfD und das Gegenteil ist halt der Fall es sind halt um das erneut zu sagen die gleichen Schweine mit anderer Krawatte ja und ich finde im folgenden Punkt kann man auch wieder sehen dass wir eigentlich mal wieder auf der Seite der Unternehmen oder in dem Fall jetzt spezieller Unternehmen die auf fossile Energie setzen und nicht auf der Seite von den kleinen Leuten stehen die sie ja immer und immer wieder als ihr eigentliches Subjekt beschwören denn bei der Energiepolitik und dem Umweltschutz ist eine Sache ganz zentral in der AfD-Politik und ich finde das muss man auch noch mal in der Härte auch sagen was das eigentlich bedeutet weil es wird ja auch immer wieder gesagt ja die AfD die ist irgendwie für fossile Energieträger und die ist irgendwie auch gegen Klimapolitik gegen Umweltpolitik aber es steht ganz klar im Grundsatzprogramm der menschengemachte Klimawandel wird geleugnet und CO2 wird ein positiver Effekt auf das Pflanzenwachstum und damit und das steht da wirklich so die Nahrungsmittelsicherheit attestiert das ist wirklich das muss man mal so knallhart sagen was das eigentlich in der aktuellen Situation bedeutet und das finde ich halt auch immer wieder krass wenn wir über Deutschland sprechen wir haben das hier und da auch mal angesprochen dass beispielsweise bei neonazistischen Parteien oder auch anderen rechtsradikalen Kräften in Deutschland ganz lange tatsächlich auch Umweltpolitik so eine Zeit lang en vogue war dass diese explizite Klimawandelleugnung einfach hier nicht so eine riesige Rolle gespielt hat und nach und nach sind wir jetzt wirklich an dem Punkt angekommen wo eigentlich die wichtigste Oppositionskraft in Deutschland die größte rechte Partei Deutschlands ganz offen den Klimawandel leugnet und da muss man sich jetzt an der Stelle wirklich die Frage stellen warum tut sie also tut sie das ernsthaft aus ideologischer Überzeugung weil einfach Akteure dieses verschwörungstheoretischen Klimaleugnungsspektrums da die Macht übernommen haben oder tut sie das halt aus populistischen Gründen also weil sie halt sagt okay die aktuelle Regierung ist dafür den Klimawandel zu bekämpfen wir leugnen ihn um halt die Leute die den Klimawandel leugnen irgendwie abzugreifen also ich meine man kann das sicherlich nicht hundertprozentig auf einen Grund zurückführen da werden wahrscheinlich viele Faktoren darauf Einfluss nehmen aber ich glaube jetzt auch immer wieder betont wird beispielsweise auch von den Freien Wählern ohne dass sie jetzt explizit menschengemachte Klimawandel Klimakrise leugnen ist einfach dass sie attestieren dass dieser Umbau der deutschen Wirtschaft durch diverse Förderungsprogramme durch Subventionierung hin zu mehr klimaneutraler Industrie zu erneuerbaren Energien das ist was gerade eigentlich eine Deindustrialisierung und eine Schwächung der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich bedeutet sie sagen ja auch ganz häufig dass der deutsche Einfluss aufs internationale Klima selbst wenn es das geben wird gut das wird die AfD jetzt nicht sagen weil wie gesagt denen ist das ja eigentlich im Endeffekt scheißegal was sie auch sagen ist dass alle anderen Staaten die eigentlich viel größeren Einfluss hätten oder haben das eben nicht machen und dass Deutschland dadurch einfach in einen Konkurrenznachteil kommt ich glaube das ist wirklich so eine der Sachen die die ganz zentral darin ist natürlich in einer Kombination mit so einem populistischen Auflehnen gegen diverses Abwälzen von Klimapolitik auf die Ärmeren der Gesellschaft indem wir beispielsweise eine Erhöhung von Kraftstoffpreisen haben die das selbst tragen müssen von Kosten für Sanierungsmaßnahmen im Haus Verteuerung von Gas beispielsweise oder auch Einschränkungen oder Verteuerung von der Ernährung die im Gespräch sind wie beispielsweise bei Fleisch und Wurstwaren also diese Positionierung ergibt ja auf jeden Fall 100% Sinn weil einfach diese grüne Politik ja das tatsächlich tut also die Kosten des Klimawandels die ja zwangsläufig auf uns zukommen eben auch primär an uns halt auslassen und das zwar jetzt schon also dass halt eben die Arbeiterklasse halt über irgendwelche Steuern und was weiß ich halt Einschränkungen und auch die Bauernschaft wie jetzt gerade und so weiter tragen sollen und halt nicht die Reichen die das halt verursachen es bleibt halt für mich trotzdem wild wie man halt dann diesen weiteren Schritt halt geht und das halt komplett leugnet also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge nochmal ob ich das halt kritisiere und dann halt probiere irgendwie eine andere Form von Politik daraus zu stricken oder ob ich halt wirklich das komplett leugne und man merkt halt auch diese Veränderungen in den rechten Kreisen auch sehr auch war ja wie du es auch schon beschrieben hast bei den Nazis halt auch lange gar kein Thema und mittlerweile hast du ja unter jedem Tagesschau-Tweet oder irgendwelchen Social-Media-Sachen wo halt steht ja da gab es halt irgendwie eine Flutkatastrophe und da war halt irgendwie das heißeste Jahr und so gibt es halt irgendwelche Trottel die das halt zuspammen und so halt so von wegen so ja hast du schon mal hier irgendwie diesen Screenshot angeschaut das stimmt ja gar nicht und das ist halt so merkwürdig weil ich glaube halt einfach also es gibt wenig Punkte die so sehr zum Scheitern verurteilt sind wie dieser also allein schon durch die Fakten die halt eben von Jahr zu Jahr schlimmer werden ist es halt etwas was so sehr der AfD schaden wird in der Zukunft noch jetzt gerade hältst du das vielleicht noch einigermaßen Grenzen weil das halt gerade primär diese auch teils idiotischen Gesetzes und Einschränkungssachen von Grün-Rot geht und so aber in Zukunft wird das halt maximal auf die Fresse fallen ja absolut aber vielleicht ist es tatsächlich wirklich auch diese kurzfristige Taktik jetzt dass man eben sagt es gibt noch so viele andere Punkte die auch so wichtig sind jetzt anzugehen beispielsweise die demografische Frage diese Existenzbedrohung von Deutschland als Staat die sie dann da herbeifantasieren dass man sagt das vielleicht noch gar nicht mal bewusst weil das unterstellt man den Leuten ja dann schnell dass sie das wirklich bewusst dann nehmen sondern dass das dann einfach auch als eine populistische Strategie naheliegend ist ja als letztes zum Parteiprogramm der AfD wollen wir noch auf ein sehr aktuelles Thema eingehen was gerade ja hoch im Kurs ist im Kontext der Bauernproteste und zwar machen wir einen kleinen Exkurs noch zur Agrarpolitik der AfD spannend ist da dass die AfD sich bei den Bauernprotesten als Interessensvertreter der Bauern darstellt und diese gegen grüne Existenzzerstörer verteidigen wollen allerdings lehnt die AfD EU-Subventionen für die Bauernschaft ab und möchte einen stetigen Rückgang dieser ermöglichen stattdessen fordert sie das Sofortprogramm Landwirtschaft dieses beinhaltet eine Verdopplung der Agrardiesel Rückerstattung keine Kfz-Besteuerung ohne Ausgleich und sie möchte die verantwortungslose Energiepolitik der Ampel und der EU sofort stoppen und das ist halt wirklich witzig weil wir haben ja in unserer Folge über die Bauernschaft die erste Stelle auch sehr zu empfehlend sei über deutsche Bauern heißt die haben wir ja darüber gesprochen dass die gesamte Existenz des deutschen Bauern hängt halt an diesen EU-Subventionen was folglich bedeutet dass die Forderungen und Ideen der AfD einfach eine komplette Zerstörung der Existenz der Bauern bewirken würde das können auch diese popeligen Kfz-Besteuerungssachen oder so sicherlich nicht ausgleichen Es sind ja wirklich Kleckerbeträge dagegen das muss man ja so sagen für die die jetzt denken okay also natürlich hat das jetzt auch was mit der EU-Politik der AfD zu tun warum sie die ablehnt aber wenn man so ein bisschen sich die Programme sowohl jetzt das Parteiprogramm als auch die Wahlprogramme anschaut dann hat die AfD einen ganz klaren Kurs auch gegen die Subventionierung von den unterschiedlichen Branchen und hat auch diesen Kurs für die Agrarpolitik festgeschrieben also es geht hier auch nicht um Ersatz dann durch nationale Subventionierung und das finde ich ist auch ein guter Abschluss von der Beschäftigung mit dem Programm der AfD in ganz vielen Punkten und speziell auch in dieser Agrarfrage jetzt nochmal zum Schluss zeigt es uns welche Doppelmoral die AfD gegenüber dem Volk vertritt sie behauptet die Interessen von diesem zu vertreten aber ganz oft und in vielen Fragen vertritt sie entweder die Interessen der Reichen oder sie vertritt eine Politik die in der aktuellen ökonomischen Gemengelage in der wir uns in dieser Systematik befinden eine sehr weitreichende abenteuerliche Verelendung von den Massen bewirken würde okay aber dementsprechend würde ich sagen kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu dem größten Volksfeind dieser Vereinigung Björn Höcke der sich aber selber tatsächlich immer als den größten Volksfreund sieht und der wie wir auch in der Beschäftigung mit seinem eigenen Werk sehen werden gar kein so großes Problem hat sich auch tatsächlich wie es von außen immer gesagt wird als der völkische Flügel oder der Kopf des völkischen Flügels der AfD darzustellen wir haben ja auch schon so ein bisschen über den wachsenden Machteinfluss und die stärkere Prägung der Partei durch ihn und durch den Flügel der zwar offiziell 2020 aufgelöst wurde aber inoffiziell immer noch großen Einfluss in der Partei hat gesprochen ich finde es auch ganz spannend wenn man sich anguckt wie die anderen AfD-Politiker darauf reagieren in der Vorbereitung auch auf den Podcast habe ich mir recht viel Interviews mit AfDlern und anderen Konservativen über die AfD gesehen wie sie das alles einschätzen wie sie sich selber dazu abgrenzen was ich sehr spannend fand war ein Interview von Alice Weidel im Schüler Fragen was ist Podcast das ist so ein konservativer Interview Podcast von einem ehemaligen Bild Redakteur darin verteidigt sie Höcke gegen die Faschismus Vorwürfe auch wenn man wirklich so zwischen den Zeilen dann so eine leichte Resignation bei ihr raushören kann dass dies auch nicht nur aufgrund von tatsächlichen inhaltlichen Nähen von den beiden passiert und eben einer Abwehr von linker Kritik sondern auch aufgrund seines immensen Einflusses in der Partei passiert man kann es ja auch wirklich so bewerten dass sich inzwischen Björn Höcke nach diversen Kontroversen und auch immer wieder dem geführten Ausschlussverfahren und einer großen Kritik dass dieser Mann überhaupt weiterhin der AfD ist er sich in seiner Rolle als rechtsradikaler Rebell und einer der Köpfe gerade der ostdeutschen AfD gefestigt hat er wird ja auch immer wieder als Grund für die Bezeichnung der AfD als faschistisch angeführt und es ist ja auch tatsächlich so dass man ihn selbst jetzt nach einem Gerichtsbeschluss hochoffiziell nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Meiningen mit rechtlicher Bestätigung als Faschist bezeichnen darf und wir wollen uns mal anschauen was Höcke eben nicht nur anhand von ein paar öffentlichkeitswirksamen Zitaten die er geäußert hat reden auf Demonstrationen sondern wirklich anhand von seiner eigenen Veröffentlichung denkt und wollen uns dazu eben das Buch nie zweimal in denselben Fluss was 2018 erschienen ist anschauen das ist ein Interview von dem Journalisten Sebastian Hennig mit Björn Höcke was aber jetzt nicht eben nur so ein kurzes Interview ist sondern auf über 300 Seiten geführt wird und wenn ihr euch jetzt fragt was es eigentlich da mit dem Titel auf sich hat was ganz interessant ist ist in Bezug auf den griechischen Philosophen Heraklit der mal berühmterweise gesagt hat man kann nie zweimal in denselben Fluss steigen das hat im Endeffekt so die Bedeutung alles ist immer im Werden begriffen alles vergeht was ganz interessant ist dass Höcke eben diese Wassersymbolik auch nutzt wenn er von seiner Volksdefinition spricht damit würde ich auch sagen starten wir weil das Volk ist wirklich im Zentrum von Höckes politischem Denken er sagt das eben so dass ein Volk nicht als feststehend sondern als etwas ist das immer im Wandel bestehend ist und auch Nebenflüsse entwickeln kann spricht er beispielsweise über die diversen germanischen Völker was dann auch recht klar seine Abgrenzung zu so einem Staatsvolk Denken darstellt ist eben sein Bezug darauf das sind jetzt auch die Worte die er selber dafür verwendet dass das Volk eine Fortpflanzungsgemeinschaft mit spezifischen phänotypischen Merkmalen ist und gleichzeitig auch kulturell definiert ist das zeigt ja im Endeffekt schon wie er das definiert er sagt zwar selber dass er keinen biologistischen Reduktionismus anhängt aber im Endeffekt haben wir hier auch eine astreine biologische Volksdefinition aufgrund von Blut und von Abstammung in seiner Selbstbezeichnung wählt er auch völkisch als passende Bezeichnung aufgrund der Zentralität des Volksbegriffes bezeichnet sich gleichzeitig als radikal und weder links noch rechts weil er möchte eben einfach nur Politik fürs Volk machen und dabei die Probleme an der Wurzel ansprechen das ist ja auch ein Take der sehr gut in den Zeitgeist passt und auch eigentlich gut in dieses faschistische Bild also wenn man halt eben das Volk über alles halt erhöht dann geht es ja auch in dieser Losung halt darum etwas zu schaffen was für alle Teile des Volkes die sich dem nicht dann verweigern oder die die dem entgegenstellen objektiv gut ist aus der Sicht des faschistischen Weltbilds was ich ganz spannend finde wenn man eben dieses Buch so liest also ich habe beispielsweise jetzt Teile von eben diesen ganzen seiner Frühgeschichte und sowas im Schuldienst und so ausgelassen wobei es da dann auch ganz interessante Gegendarstellungen gibt beispielsweise von einem ehemaligen Schüler der darüber berichtet dass er immer sehr gerne oberkörperfrei Basketball gespielt hat als Sportlehrer weil er Sport- und Schichtslehrer um eben als junger Lehrer dann auch den Schülerinnen zu imponieren aber wie gesagt das sind so biografische Diskussionen die müssen wir hier nicht führen uns geht es hier um den Inhalt von Höcke ist dass er immer wieder auch dann trotzdem so anklingen lässt dass er sich eigentlich auch um die Konstruiertheit von den Sachen so ein bisschen bewusst ist also er schreibt dann beispielsweise auch dass er anerkennt dass das Volk als politisches Subjekt in der Blüte der Neuzeit mit dem klassischen Nationalstaat entsteht gleichzeitig verwendet er dann aber auch wieder diese ganze natürliche Herleitung davon und verwendet die Symbolik des Volkskörpers wenn er den Verlust schwacher Volksteile als Adalas bezeichnet und ich finde wenn man das so liest auch wenn es immer wieder versucht wird von sich zu weisen das ist einfach die klassische faschistische Volksdefinition die da von ihm verwendet wird ich finde das sieht man auch so ein bisschen an der angestrebten Weltordnung von Höcke eigentlich kann man das ganz gut mit dem zusammenfassen was von der neuen Rechten immer wieder etabliert wurde nämlich mit dem Ethnopluralismus das ist vielleicht so ein Begriff den kennt man aus der IB-Propaganda das ist so ein Konzept das in der neuen Rechten nach dem Zweiten Weltkrieg popularisiert wurde also manche sagen das ist auch was was schon früher angefangen wurde aber da wurde es wirklich populär in der Rechten ich würde das auch eben dem klassischen Faschismus dahingehend entgegenstellen dass es hier nicht wie beispielsweise im deutschen Nationalsozialismus um die Ausbreitung eines Volkes durch Eroberung Ausrottung und Assimilierung anderer Völker wie jetzt in dem Lebensraumkonzept gilt sondern um die Verteidigung der Homogenität und Identität der verschiedenen Völker in ihren als angestammt angesehenen Räumen das sagt Höcke im Buch auch eigentlich recht explizit jeder soll in seinem eigenen Raum wirken er bezieht sich dabei auch auf den deutschen Juristen Karl Schmitt der auch im Nationalsozialismus gewirkt hat und bis heute recht einflussreich ist tatsächlich sowohl in rechter als auch in linker Politik und der hat ein Interventionsverbot raumfremder Mächte gefordert und Höcke ergänzt dieses dann durch ein Investitionsverbot raumfremden Kapitals und ein Migrationsverbot raumfremder Bevölkerung einmal sieht man hier natürlich bei dieser raumfremde dann eben den anderen Teil von dem Volkskonzept nämlich eben den Boden als wichtigen Bezugspunkt als angestammten Raum auf dem so ein Volk sich dann eben auffällt und ich finde hier sieht man aber auch den Bezug auf das Ideal einer konkurrenzfreien Welt der freien Völker entgegen jetzt des klassischen nationalsozialistischen Bild eines notwendigen Konkurrenzkampfes der Rassen und da finde ich immer total spannend was eben in diesen rechten Utopien weil es wird ja immer wieder beschworen dass es eben diese Möglichkeit von einer ethno-pluralistischen Welt gibt und alle bleiben irgendwie so auf ihrer Scholle und dann sind auch alle glücklich wenn man das Volk jetzt kulturell schön homogen und reingehalten hat und dann gibt es eben diese internen Konflikte und warum soll es dann noch externe Konflikte noch geben also was in diesen rechten Utopien natürlich immer wieder vergessen wird ist wie nah sie eigentlich den liberalen Utopien eines Endes kriegerischer Auseinandersetzungen durch internationale Kooperation sind ihrem eigentlich vermeintlichen Gegenteil für mich ist würde ich auch sagen es sind das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille Konkurrenz zwischen den Staaten und damit den Völkern entsteht aber eben notwendig aus der Konkurrenz der Unternehmen im Kapitalismus und damit natürlich auch ein möglichst starkes Voranbringen der Staaten der Unternehmen die auf ihrem eigenen Grund und Boden wirtschaften mit einer Expansion ab einer bestimmten Stufe in andere Staaten könnt ihr auch gerne nochmal in unsere 20. Folge warum wir von Imperialismus sprechen reinhören was eigentlich sehr gut aufzeigt warum das tatsächlich würde ich sagen das ist ja was was uns immer so groß vorgeworfen wird die jetzt einen freiheitlichen Kommunismus anstreben oder überhaupt auch eine sozialistische Übergangsgesellschaft das sind für mich wirklich Träumereien was ich wichtig als Ergänzung noch zu dem Part finde ist dass das eigentlich mittlerweile die dominante faschistische Erzählung ist die rechte NPD Nazis und so sagen das halt also die sagen halt auch ja jeder soll halt an seinem Volks so an seinem angestoffen Platz halt vor sich wirken und so weiter also diese ursprüngliche nationalsozialistische Raumname Ideologie die ist viel weniger vertreten die meisten sagen wir sind ja keine Rassisten wir sind halt einfach nur dafür dass alle da sind wo sie halt wo sie halt hingehören so das ist insofern ja relevant weil Höcker sich an dieser Stelle ja dann dementsprechend überhaupt nicht unterscheidet von der Mehrheit der Leute die sich offensiv und explizit als Faschisten als Nazis selbst bezeichnen das ist halt auch der Grund warum ich das dann häufig so lächerlich finde wenn dann eben von Liberalen aber teilweise sogar auch von Linken irgendwie gesagt wird oh ja bald kommt die AfD an die Macht und dann stehen die Deutschen wieder vor Polen oder marschieren in Polen ein das ist halt einfach eine komplette Fehlcharakterisierung von dem was diese Leute wollen was Höcke stattdessen will was diese Leute stattdessen wollen und wo sie auch ihren Endkampf drin sehen ist dann eben der Kampf gegen eine globale Weltordnung antinationaler Kräfte die die Völker entmachten will um sie für eine globale Elite wirtschaftlich einfacher verwertbar zu machen und das sagt er eben auch so explizit und ich finde das schließt sehr gut an so einen klassischen Antikapitalismus von rechts an der sich auf ein tatsächliches Phänomen des globalisierten Kapitalismus bezieht bei dem eben durch die Monopolbildung in der Wirtschaft und den imperialistischen Einfluss bestimmter Staaten aufeinander nach und nach kulturelle Unterschiede aufgelöst werden und Kultur in vielen Punkten global vereinheitlicht wird sehen wir beispielsweise bei der Dominanz der amerikanischen Filme auf der internationalen Filmlandschaft dass das für ganz viele Leute eben absolut kulturell prägend ist entgegen vorheriger lokaler Heldensagen oder Lokalkultur oder bei dem Essen was konsumiert wird so wir kennen das auch dass Essen nicht mehr traditionell in kleinen Restaurants oder Gaststätten verkauft wird und immer mehr von ganz vielen lokalen Essenstraditionen verloren gehen es dann vielleicht überhaupt noch so nationale Essenskulturen gibt und auch gerade die amerikanische Küche einen riesigen Einfluss auf die internationale Küche hat und es immer mehr internationalisiert wird und dieses Phänomen was es nämlich ist es ist ein Phänomen von der kapitalistischen Marktwirtschaft wird eben nicht in diesem Charakter gesehen dass es einfach ein Beiprodukt ist was notwendig aus den Gesetzmäßigkeiten dieser Wirtschaftsform entsteht von der Monopolbildung einfach ne halt auch natürlich durch die Globalisierung sich der Markt sehr stark internationalisiert hat und dann gibt es halt wie auch auf der lokalen Ebene eine Monopolbildung auf internationaler Ebene und dann gibt es einfach Konzerne wie jetzt Coke oder Nestle die sich in der Konkurrenz international auch durchgesetzt haben und dementsprechend jetzt das gleiche Zeug halt überall zu finden ist auf der ganzen Welt weil sie einfach andere kleinere Unternehmen oder vergleichbare auch geschluckt haben oder verdrängt. Ja und das ist ja auch wirklich die Misere an dieser ganzen Kiste von eben dieser nationalistischen rechten Kulturpolitik das haben wir auch mal in der Folge selber zum deutschen Nationalismus besprochen dass diese Leute die sich als vermeintlicher Schützer von der Kultur und von der Lokalkultur darstellen eigentlich selber auf der einen Seite natürlich durch eben den Nationalismus der immer Lokalkulturen vereinheitlicht und auf wirklich so ein recht banales Niveau dann irgendwann bringt aber auch durch ihr Beharren auf eine kapitalistische Marktwirtschaft selber aktiv an dieser Zerstörung beteiligt sind und sie sehen dann eben nicht diese Phänomenhaftigkeit von dieser kulturellen Monopolbildung sondern machen das eben dann zu der Zielsetzung von einer finsteren Elite aus die eigentlich den Kapitalismus nur dafür benutzt so um dieses Ziel am Ende der Vereinheitlichung der Völker der Auflösung von Identität durchzusetzen und das ist auch eben eigentlich eins der grundlegenden Problematiken neben natürlich den ganzen antisemitischen Versatzstücken die da drin sind von so rechter verschwörungsideologischer Analyse von diesem Phänomen die können solche Phänomene eigentlich immer nur als zielgerichtete Aktionen verstehen das finde ich zeigt halt auch im Kern dass sie den Kapitalismus nicht grundsätzlich verstehen da können wir uns auch einmal ein Zitat angucken von Herrn Höcke was er eigentlich unter Kapitalismus versteht mit Kapitalismus meine ich also nicht eine sinnvolle Marktwirtschaft in einer erneuerten Volkswirtschaft ihren wichtigen Platz haben wird sondern die einseitige Dominanz und Extremisierung eines Produktionsfaktors des Kapitals und der Vereinnahmung der beiden anderen Arbeit und Boden man kann dieses System mit der Formel zusammenfassen Geld regiert die Welt dagegen stellen sich völlig zurecht Linke wie rechte Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker also das sind wirklich so Sachen da kann man einfach an den Menschen also der Typ ist ja super intelligent so der ist halt ja für die Rechte eine absolute Lichtgestalt der auch theoretisch dann auch in Teilen halt heraussticht und und gute Sachen formulieren und rüberbringen kann und dann so eine Frage denkst du halt einfach so weiß ich nicht der ist halt rotzendumm also so 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 was ist das bitte für eine Welterklärung lebt ihr auf dem gleichen Planeten ja es ist halt wirklich irgendwie so diese banale Feststellung dass wie bei so vielen politischen anderen Kräften man den Kapitalismus eigentlich schon anerkennt als so wichtige maßgebliche Organisierung unserer Wirtschaftsform aber manchmal führt das auch irgendwie zu blöden Sachen ja gut erkannt denn Kapitalismus macht er dann auch als ein Katalysator für den von ihm als Wurzel allen übels angesehenen Wandel von der Neuzeit zur Moderne ich finde bei solchen Ausführungen so banal sie am Ende des Tages dann auch sind es ist auch doch kein Wunder dass diverse Leute innerhalb der AfD die sich explizit selber als Neoliberal oder als Libertär bezeichnen zumindest Höcke in dieser Frage ein bisschen kritisch gegenüberstehen da gibt es dann so Leute wie Joachim Kuhl vom christlich-national-liberalen Flügel der dazu sagt dass ihm jetzt nicht die nationale Überhöhung Höckes vom deutschen Volk und der deutschen Nation stört sondern sein Plan die AfD in eine fast sozialistische Partei um zu funktionieren ja und andere wiederum in der AfD die teilen dann auch so die Idee Höckes dass die AfD sozialer werden muss um es zur wirklichen Volkspartei zu schaffen da sind dann beispielsweise so Personen wie Jürgen Pohl der auch Mitglied des Bundestags ist von Alarm dem von Alarm dem Arbeitnehmerverband der AfD Alarm Alarm der sieht wie Höcke gerade für Ostdeutschland eben mit seinen größeren sozialen Problemen als Westdeutschland sozialdemokratische Wirtschaftspolitik machen muss da diese Wahl entscheidend ist um in dieser Region wirklich stark zu bleiben so wird beispielsweise bei denen auch ein Wohlstandslohn statt ein Mindestlohn gefordert und ein Ende von den Harz Gesetzen und eine starke Begrenzung von Leier und Zeitarbeit gefordert also solche Stimmen gibt es dann natürlich auch in der AfD und Höcke selber fasst das dann auch zusammen der sieht das dann eigentlich was er sich unter einer gerechten Volkswirtschaft vorstellt als eine patriotische Solidargemeinschaft in der Tradition der Sozialdemokratie da gibt es auch so Zitate von ihm zu dem Ganzen die SPD hat unter Schröder ihre Seele verloren er betont immer wieder dass man von Linken wie Lafontaine Sarah Wagenknecht oder Bernie Sanders eigentlich lernen könnte um das soziale Profil der AfD zu stärken und er steht auch tatsächlich so einem Querfrontbündnis mit den Linken offen gegenüber wenn die ihre antinationalen Positionen ablegen das betonte immer wieder da bezieht er sich beispielsweise auch positiv auf die Linke in Schottland Irland oder Katalonien oder den sowjetischen Patriotismus im Zweiten Weltkrieg als möglichen Vorbild für so ein neues sozialdemokratisches nationales Revival in Deutschland auch das ist ja tatsächlich eine Parallele zwischen historischen Nationalsozialisten also wo er dann so eine Flanke offen hält zu sagen damals waren die war die Linke ja noch viel nationalistischer geprägt deswegen auch noch mal naheliegender aber wenn man sich dann halt auf bestimmte Punkte sich an irgendeinem Prozess von so einem Kampf gegen den Kapitalismus oder gegen die Eliten oder was auch immer halt dann wieder trifft dann kann man sich da auch wieder vereinigen wo man vielleicht hier tatsächlich dann auch zu einem historischen Vergleich zum Nationalsozialismus wieder ein bisschen sich hingezogen fühlt ist in der ganzen Frage dann auch von der Wichtigkeit von eben diesen ökonomischen Positionen dann am Ende für dieses gesamte Parteienprojekt weil der Nationalsozialismus hat sich natürlich gerne immer mit eben sozialer Politik geschmückt und hat auch eine ganze Zeit lang noch sein schon eher linken Flügel rund um die Strasser Brüder und andere Personen toleriert aber bei der AfD zeigt sich auch dass bei dem nationalsozialdemokratischen Flügel wenn man ihn jetzt so hier nennen möchte rund um Höcke und Pol es so ist dass sich bei den Fragen von Nationalismus und dem Thema Migration diese Radikalisierung auch innerhalb der Partei durchsetzen konnte aber gerade wirtschaftspolitisch man wirklich alles andere als tonangebend ist und eigentlich sich diese neoliberale Linie immer weiter durchzieht wenn man es so sieht glaube ich tatsächlich dass auch die Feststellungen gar nicht mal so falsch sind dass tatsächlich wenn es irgendwann mal zu dieser Synthese kommen würde klassische deutsche Sozialdemokratie rechtsradikale Positionierung bei Nationalismus Kulturfragen Migration das eigentlich auch eine extrem vielversprechende Mischung für die Rechte sein könnte aber bislang scheint es so zu sein dass sich eben die neoliberalen Positionen da immer noch viel stärker halten können ja und zu diesen Fragen Migration wo er eben deutlich tonangebende innerhalb der Partei geworden ist äußert sich Höcker natürlich auch weil es eben ganz zentral in dieser Frage von Volk und dem deutschen Staat natürlich für ihn steht da sagt er eben zum Thema Migration es wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein und bei dem wird man so fürchte ich nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit wie es Peter Sloterdijk nannte herumkommen und da bezieht er sich eben wie er schon gesagt hat auf Peter Sloterdijk der dies als einen möglichen Weg für den Umgang mit Migration nach Europa bezeichnet ich finde diese Wortwahl nochmal hier betonen das ist ja wirklich eine Sache die AfD wählt ganz bewusst ihre Sprache aus für die Diskussion um da eben auch neue Sachen möglich zu machen und auch das Denken der Leute zu einem gewissen Grad zu prägen und ich finde wenn man solche Wörter wie wohltemperierte Grausamkeit für Migration verwendet dann zeigt das einfach auch was das wirklich dieses Remigrationsprojekt was da von Teilen der AfD angestrebt wird bedeuten würde es gibt ja einige Charakteristika für den Nationalsozialismus in Deutschland und aus dieser Wortwahl spricht auch dieses Technokratische wieder raus dieses wir planen halt da diese diese Massendeportation und diese diese Vertreibung von Menschen also einfach nicht so willkürlich oder so sondern das ist wohltemporiert Grausam zu sein und das ist halt einfach so eine Kontinuität die sich dann da in diesem Denken durchzieht hier möchte ich auch nochmal anmerken dass ja auch von linker Seite immer wieder diskutiert würde was wird das denn eigentlich bedeuten wenn sich beispielsweise jetzt die faschistischen Kräfte in der AfD durchsetzen und an die Regierung kommen und was ich eine ganz richtige Überlegung dabei finde wie das beispielsweise auch Fabian Lehr gut ausgeführt hat warum es anders aussehen wird als zu der Zeit eben des Nationalsozialismus mit der Gewalt die von so einer Regierung ausgeführt würde ist dass eben die Nationalsozialisten sich nach wirklich gut organisierten teilweise bewaffneten und extrem tief verankerten deutschen Arbeiterbewegung gegenüber sahen die sie eben als erstes auch vor allen anderen Grausamkeiten vernichten musste durch KZ-Haft durch massive Repression durch Gewaltwellen und dass das jetzt was ist was natürlich eine AfD-Regierung sich nicht gegenüber sehen führt natürlich gibt es einen bürgerlich-liberalen Widerstand aber eine wirkliche Arbeiterbewegung gibt es in der Form nicht in Deutschland die sich so eine AfD-Regierung in der Form wie bei den Nazis widersetzen könnte aber was eben in dieser ganzen Frage der Remigration für die faschistischen Teile dieser Partei das angeht glaube ich dass wir da dann wenn so eine große Repression und Gewaltwelle sehen werden wenn es tatsächlich zu eben einer Durchsetzung von den rechtsradikalen faschistischen Kräften innerhalb der AfD kommen wird und es da dann zu einer Regierungsbildung kommt wo sie tatsächlich jetzt durchregieren kann weil da werden wir auch noch gleich kommen dass das natürlich eine Problematik von der AfD ist ja und die Migration selber wird bei Höcke nicht nur als Folge von globalen Konflikten Umweltzerstörung und ökonomischer globaler Ungleichverteilung sondern als gezielte und gesteuerte Veränderung gesehen das haben wir auch schon so ein bisschen bei seinem Antikapitalismus angesprochen aber hier nochmal ein Zitat was eben diese Zielhaftigkeit gut zusammenfasst die er da ausmacht Völker und Kulturen sind in den Augen der Globalisten wertlos und als mögliche mächtige Gegenspieler lästige Störenfriede ihrer bizarren Agenda dieser Prozess ist schon seit vielen Jahren im Gange angetrieben von einem antinationalen Netzwerk aus privaten Stiftungen NGOs und supranationalen Institutionen wie der EU das läuft auf eine Art globale Freihandelszone mit entorteten und zersplitterten Menschengruppen hinaus die dann umso leichter beherrschbar wären hier steht natürlich direkt die Frage im Raum wie würde denn der Kampf gegen eine so existenziellen Bedrohung einer einer so ein so apokalyptischen Szenarios eines so krass gesteuerten Prozesses von oben dann konkret aussehen die Antwort steht ja steht ja auch hier wieder im Raume mit welcher Mortalität und mit welchem energischen Kampf man damit darauf antworten würde ich meine wir haben ja in unserer Folge zum Great Reset darüber gesprochen dass auch hier wieder ein Fünkchen Wahrheit da dran steckt dass es jetzt nicht komplett aus der Luft geholt ist was hier gesagt wird aber dass es einfach eine falsche Darstellung ist dass hier irgendwie eine verschworene Elite diese Pläne einfach so eins zu eins umsetzt oder umsetzen kann da ist ja auch ganz unterschiedliche Interessen innerhalb dieser kapitalistischen Eliten die es ja gibt vorherrschen diese auch gegeneinander kämpfen und dass die das nicht einfach so eins zu eins umsetzen können und so weiter und das natürlich auch gepaart jetzt wieder mit diesem völkischen Denken wo dann halt gesagt wird dass hier Leute halt komplett entortet werden wo es eben ja wiederum dieses okay da sind halt nicht mehr die Menschengruppen an diesem Ort vorhanden die vorher mal da waren finde ich es nebenbei auch wieder so eine Wortwahl wo man dann sagen kann mit entartet irgendwie ein Schelm wer da böses denkt aber schauen wir uns noch an wie konkret auch die Strategie von Höcke zu dem ganzen ausformuliert wird da steht eben im Zentrum das Bündnis mit der Straße sieht die AfD als eine Bewegungspartei und hält die Trennung parlamentarischer und Straßenpolitik für falsch also sagt dann auch das ist dann beispielsweise vorbehalten der AfD teilweise dagegen gab bei Bürgerprotesten als Redner aufzutreten und das ist ja auch was was er gerade sehr gerne gemacht hat sieht dann einfach kein Grund dafür und sieht auch eigentlich die Stärke der AfD was man glaube ich auch durch unsere Darstellung vor auch eigentlich so unterschreiben kann er sieht aber auch bei dem ganzen bei dieser Annäherung an den Straßenprotest und den Populismus den die AfD vertritt auch eine gewisse Problematik auch aus so einem elitären Denken eigentlich heraus was finde ich dann auch noch mal vielleicht so ein Punkt ist den wir bei dieser Unterscheidung Rechtspopulismus Neofaschismus nicht so stark angesprochen haben was finde ich dann auch noch mal Höcke eigentlich ganz gut entgegen wirklich so absolut entfesselter Populisten charakterisiert er sagt nämlich auch das Volk was wir jetzt vorfinden in Deutschland stark fragmentiert ist und man muss auch mal gegen den Willen den ganz konkreten jetzt direkten Willen des Volkes in seinem Interesse regieren also es ist nicht alles was Vox Populi ist was das Volk so von sich gibt jetzt komplett für bare Münze zu nehmen und direkt in Politik umzusetzen sondern man muss sich ganz genau anschauen eigentlich wie das Verhältnis von einem Vater und Kind kann man das glaube ich ganz gut sehen dass man auch manchmal in seinem Interesse gegen sein Willen dann handeln muss das finde ich zeigt eigentlich auch ganz gut so ein Unterschied zu klassisch demokratischen Denken aber auch zu basisdemokratischen sozialistischen Ansätzen wie wir sie vertreten würden das passt natürlich auch ganz gut in sein Bild von sich selber als der große rechte Intellektuelle in der parlamentarischen Politik zusammenfassend kann man eigentlich so sagen der Kampf soll dann von drei Fronten geführt werden so wie wir es gerade schon angesprochen haben einmal von Straßenbewegungen führt er beispielsweise Pegida als richtungsweisend an zweitens parlamentarisch logischerweise durch die AfD und drittens noch als Ergänzung durch frustrierte Teile des Staats- und Sicherheitsapparates die auf ihr Remonstrationsrecht zurückgreifen Remonstrationsrecht das ist eigentlich dass man eine Weisung die man als Beamter beispielsweise bekommt auf die Rechtmäßigkeit dann überprüft das ist auch so eine Sache das ist jetzt unklar wie das letzte zu lesen ist ich habe auch parallel zu dem Buch so eine liberale Analyse von dem Ganzen gelesen von Lipmod die findet ihr auch unten in der Infobox da wird das eigentlich als Bezugnahme auf den bewaffneten Aufstand gesehen und wenn so parallel dann zu Tag X angeführt ich habe es jetzt eigentlich in dem Kontext eher als den Aufruf zu Befehlsverweigerungen gelesen das ist eine Sache wo ich vielleicht dem auch so ein bisschen widersprechen wird wenn man sich jetzt auch noch die restlichen Seiten dazu anguckt aber es bleibt halt vage und ich finde beide Lesarten gerade auch mit der politischen Historie von Höcker eigentlich valide er hat dann auch bei einem scheitern eine Exit Strategie angeführt und da sagt er eben dass es dann Siedlungsbewegungen in ländliche ethnisch homogene und politisch nationale Region braucht die bezeichnet er dann als gallische Dörfer des Widerstandes an denen sich die neuen Römer in den verwahrlosten Städten das ist halt so gestört einfach nur vorzulesen ist halt das verstört das ist halt so abartig und verstörend also die bezeichnet er dann als gallische Dörfer des Widerstandes an denen sich die neuen Römer die in den verwahrlosten Städten residieren an den teutonischen Asterixen und Obelixen die Zähne ausbeißen das ist ja auch wohl große Asterixen und Obelixen ja ich finde wirklich das ist eine das ist so ist halt sehr explizit was ja auch ein wichtiges Charakteristikum ist er ist halt kein reiner Politiker sondern er hat er hat einfach diesen Anspruch auch von so einem Nationalrevolutionär und das wird sehr sehr deutlich dadurch dass er halt eben nicht sagt ja wir machen das jetzt einfach irgendwie über die Parteienlandschaft machen unsere AfD an die Macht dann machen wir ein paar Reformchen und gut sondern ihm ist halt bewusst dass sein Weg nur mit einer dauerhaften Massenbewegung nationalen Massenbewegungen auf den Straßen in der Gesellschaft einher geht und halt auch mit der Unterstützung aus den bewaffneten Apparaten dieses bestehenden Staates und ich finde diese Charakterisierung die du jetzt aufgemacht hast als nationalen Revolutionär absolut richtig und ich finde das sieht man auch noch mal ganz gut daran dass er diesen Sturz wie er sagt der Altparteienregierung nicht nur als eine einzelne Revolution sieht sondern wirklich verbunden mit so einer allgemeinen Revolte gegen die Moderne und der Einführung einer neuen Ära der Nachmoderne ist ja auch so ein Bild was sich in diversen Theorien findet die sich gegen den in die Moderne richten beispielsweise auch im Traditionalismus ist ja so eine Vermengung eigentlich von Ultranationalismus esoterischer Ideologie ist aber auch in faschistischer Theorie das finde ich ganz spannend weil dieser Begriff Nachmoderne klingt erstmal ganz komisch weil man kennt ja auch Postmoderne Höcke verneint nämlich dass wir in der Postmoderne leben sondern das eigentlich auch nur so eine bezeichnete Endstufe der Moderne ist also er macht da eigentlich auch so ein wirklich klassisches apokalyptisches Bild auf und das finde ich zeigt sich auch wirklich gut in einem weiteren Zitat von ihm wir erleben die finale Auflösung aller Dinge von den Identitäten der Geschlechter und Ethnien den Familien den religiösen Bindungen über die kulturellen Traditionen den Sinn für Form und Maß natürlich passiert halt nicht dass halt sämtliche Herrschaftsformen aufgelöst werden aber das ist für die Nazis gleich besetzt dass halt diese Herrschaftsstrukturen die dort aufgezählt werden halt aufgelöst werden das ist für sie eine Auflösung von allem was ist ja und genau das zeigt eben was das Zentrum dieses Denkens darstellt und was auch das Zentrum von Höckes Denken darstellt es geht ganz primär um das Volk um die eigene Identität aber ich muss dir natürlich jetzt hier widersprechen weil Höcke macht noch mal ganz deutlich dass er eben kein Nazi ist er kritisiert nämlich anhand von diesem Punkt diesem Endpunkt der Moderne was eigentlich jetzt die Auflösung von allem Guten und allem Erhaltungswürdigen für ihn bedeutet dass der Faschismus der Nationalsozialismus und der Staatssozialismus durch ihre gewalttätigen Revolten weil er sieht das auch alles als ein Teil eben als die großen gewalttätigen Revolten gegen die Moderne dass sie eben dann in diesem riesigen Bombast mit dem die das versucht haben Trümmerlandschaften hinterlassen haben die eigentlich dann den Sieg des globalen Neoliberalismus bewirkten und auch da finde ich spannend dass er natürlich irgendwo auch wieder so ein reales geschichtliches Moment aufgreift dass eigentlich der Nationalsozialismus mit seinem großen Krieg aber auch der italienische Faschismus und der japanische Faschismus schrägstrich ultra imperialistischer Ultranationalismus wie auch immer man das da vor Ort dann charakterisieren mag dazu geführt haben dass sich die amerikanische Hegemonie weltweit auch gegen die vorherigen Kolonialmächte durchsetzen konnte deswegen braucht es auch nach ihm dann eine neue Bewegung abseits von Neofaschismus à la Casa Pound das spricht auch explizit an dass sowas in Deutschland eigentlich nicht funktionieren wird oder dem klassischen deutschen Neonazismus aber auch hier ist wieder wenn man zwischen den Zeilen liest sehr deutlich dass es ihm eigentlich nur um Umsetzungs- und Strategiefrage innerhalb des faschistischen Milieus geht also er kann das natürlich nicht eins zu eins in der Öffentlichkeit so sagen aber es wirkt halt einfach wie eine Strategiefindung so wie wenn wir sagen ja der Staatsozialismus war halt eben fehlerhaft hat halt auch der Revolution einen Bärendienst erwiesen weil er halt eine Diktatur hervorgebracht hat welche die Hoffnung der Arbeiter in Klasse weltweit auf eine reale soziale Revolution für Jahrzehnte zurückgeworfen hat weil jetzt halt alle mit Kommunismus Sozialismus Diktatur verbinden heißt das ja nicht dass wir uns dass wir vom Sozialismus abgeschworen haben sondern dass wir halt sagen wir vertreten den wahren Sozialismus ja und ich glaube das ist auch das was man eigentlich dann abschließend zu Höcke sagen kann weil heißt das jetzt dass er sich selber eben von diesen diversen Sachen abgrenzt dass Höcke kein Faschist ist ist Höcke ein Nazi würde ich sagen eher nicht nach dem klassischen Muster eines Nazis ist Höcke Neonazi so wie es bis zu den 90ern üblich war mit eben eigentlich immer noch einem ganzen Revival und NS Revisionismus auch nicht so richtig ist er sehr nah dran an dem was beispielsweise so eine Partei wie die NPD oder jetzt die Heimat vertritt absolut ist er ein Faschist in dem Sinne was eigentlich diese ganzen Grundmuster des Faschismus bedeuten absolut ja so er sieht das Volk als eine biologisch kulturelle Gemeinschaft die eine harmonische Einheit mit dem Staat bilden soll entgegen aller inneren Widersprüche aller Klassenwidersprüche aller unterschiedlichen Interessen der verschiedenen ökonomischen Fraktionen welche dann auch durch Repression niedergehalten werden müssen um nach außen hin als Nation neu geboren zu werden und dann eben auch die Kraft mit den anderen Völkern zu finden um die volkszersetzenden Globalisten zu schlagen und mit den anderen Völkern dann die in ihrem angestammten Gebiet natürlich verweilen gemeinsam in Frieden und Eintracht zu leben und ich finde mit dieser utopischen Vorstellung trifft er eigentlich genau den Kern von faschistischem Ding. Ja und wer sagt denn nicht dass es nicht auch einfach eine Aktualisierung des Faschismus eben geben kann also nur weil man jetzt nicht alle Aspekte des klassischen Faschismus oder neuen Nationalsozialismus oder so vertritt heißt das doch nicht dass man dann kein Faschist mehr ist. Ja und ich finde das ist auch eigentlich die Sache die Höcke entgegen vieler dieser altbackenen Formeln auch nochmal besonders gefährlich und besonders auch interessant für viele Leute machen. Das ist so die Sache mit vielen der Sachen die jetzt aus der neuen Rechten gekommen sind und auch mit dem was Höcke jetzt in dem Buch da eigentlich vertritt sehen wir wirklich eine strategische und inhaltliche Neuformulierung der klassischen faschistischen Formeln. Deswegen finde ich das auch so traurig dass so häufig in der Linken immer auf diese alten Formeln verwiesen wird die auch mit irgendwie diesen ganzen alten Bezeichnungen begriffen werden und auch diesen alten Mustern als hätte sich der Faschismus wirklich seit dem deutschen Nationalsozialismus nicht mehr weiterentwickelt als gäbe es nicht schon immer auch weltweit eigentlich eine Diversität faschistischen Denkens und vielleicht muss man das tatsächlich dann mit dem Buchtitel auch so sagen nur weil es einmal diesen Faschismus gab man tritt nie zweimal in den selben Fluss die Zeit vergeht und der Faschismus ist so auch in einer alten Form vergangen und wird in einer neuen Form auferstehen nach Höcke. Aber gut genug von Bernd Höcke äh Björn Höcke wir springen jetzt nochmal über zu den widersprüchlichen Problemen der sich die AfD aktuell gegenüber sieht. Wir beginnen mit der Diversität der Partei denn hier ist es immer noch so obwohl es ja schon zahlreiche Spaltungen und Austritte gegeben hat dass sich diese weiterhin noch nicht so aufstellen und darstellen kann wie sich das Höcke vorstellt denn er ist weiterhin nur eine Meinung unter vielen. Es ist natürlich auf der einen Seite nützlich um nicht als faschistisches Projekt wahrgenommen zu werden aber auf der anderen Seite sorgt es auch für enorm viel Streit sodass der Aufbau dieses rechten Projekts irritiert wird. Aktuell ist die AfD ja eine tatsächliche Bewegungspartei von rechten sozialen Bewegungen sie schafft es diese Bewegungen mit ihren Strukturen zu erweitern und auch dazu beizutragen dass es mehr Dynamik auf der Straße gibt es gibt ein ständiges Erschließen neuer Wählerschichten und sozialer Gruppen für die Interessen der Partei aber gleichzeitig importiert man sich mit dieser Strategie eine Menge von den Konflikten die immer in breiten sozialen Bewegungen zu Hause sind in die Partei hinein beispielsweise im verschwörungsideologischen Milieu welche ja selber sehr sehr fragmentiert und untereinander zerstritten sind darüber hinaus gibt es zahllose weitere Verbände innerhalb der AfD auch neben dem 2020 offiziell aufgelösten Flügel welcher aber wie wir alle wissen weiterhin inoffiziell existiert so gibt es zum Beispiel als Gegengewicht zum Flügel Kolibri also die konservativen Liberalen in der AfD oder auch Interessensvertretungen wie einem homosexuellen Verband den Juden Christen in der AfD sowie dem bereits von uns erwähnten Jürgen Pohl mit dem Alarm 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 Außerdem ist die AfD nicht nur anhand von inhaltlichen Fragen gespalten sondern auch an regionalen und das bringt uns auch zu unserem nächsten Thema der Frage ist die AfD eine ostdeutsche Volkspartei und welche Limitierung bringt es mit sich dass man vor allen Dingen in Ostdeutschland so stark ist und im Westen noch Nachholbedarf hat Ja es gibt ja diese West- und Ostspaltung der Partei eigentlich schon länger also das sieht man ja auch ganz gut in diesem ganzen Richtungsstreit zwischen national-liberalen national-konservativen und rechtsradikalen Kräften das war ja auch schon bei der Erfurter Resolution so wo es dann wie wir anfangs bei dem Geschichtspart angesprochen haben dann auch der Flügel entstanden ist und die wurde beispielsweise auch deutlich stärker vom Osten getragen es gab auch viel länger in westdeutschen Verbänden eben die diversen nationalliberalen Führungskräfte doch viele nationalliberale sind dann aus westdeutschen Verbänden eben dann ausgestiegen da haben eigene Parteien gegründet oder sind wieder in andere Parteien reingegangen bis heute gibt es eigentlich auch so ein Ungleichgewicht in eben der politischen Ausrichtung der westdeutschen AfD und der ostdeutschen AfD wobei wie wir auch gesehen haben die ostdeutschen Führungskader eigentlich auch immer mehr tonangebend in eben diversen Fragen auch für die westdeutsche AfD sind aber einfach nur mal um so eine Zahl auch da rein zu werfen beispielsweise bei der Frage das wird ja auch immer heiß diskutiert wie viele Leute werden jetzt generell dem Flügel zugerechnet da gibt es unterschiedliche Schätzungen es wurde so gesagt 30% es gab aber auch Schätzungen dass 20% der Gesamt-AfD eben Flügelpositionen vertreten oder sich dem Flügel nahestehend empfinden lokale Schätzungen haben dann beispielsweise herausgefunden dass circa 70% der Sachsen-AfD beispielsweise sich dann zur Flügelposition bekennt also sieht man ja auch eine ziemlich starke Diskrepanz dann eben zwischen lokalen Positionen und zu den Positionen der Gesamtpartei auch finde ich in dem allgemeinen Erfolg kann man dann diese regionale Spaltung sehen ich finde es stimmt in der Charakterisierung dass in Ostdeutschland die AfD schon eine wirkliche Volkspartei nur ohne Regierungsbeteiligung ist in Westdeutschland ist sie vielmehr noch eine klassische Oppositionspartei würde ich sagen auch da gibt es natürlich regionale Unterschiede und man darf das jetzt nicht wirklich absolut heraufbeschwören weil entgegen jetzt beispielsweise der Linkspartei wo das ja auch immer so ein Faktor war die Linkspartei war in Ostdeutschland wirkliche Volkspartei in Westdeutschland war sie wirklich nur klassische Oppositionspartei ist es bei der AfD noch so dass sie auch in Westdeutschland deutlich erfolgreicher ist als es die Linke jemals gewesen ist also nicht so klar aber ich finde man sieht immer noch die deutlichen Unterschiede in den Wahlergebnissen und auch jetzt in den Hoffnungen darauf dass beispielsweise die AfD den ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft werden kann während das natürlich auch immer weiter weiteren Erfolg bedeutet und die Leute ja auch aktiv die AfD eben als Volkspartei für sich wahrnehmen und auch als Interessenvertretung des einfachen Ostdeutschen ist es so dass es gleichzeitig auch ein starkes Bevölkerungsungleichgewicht zwischen den beiden Teilen Deutschlands gibt Westdeutschlandsbevölkerung wuchs eben von 1990 bis 2022 von 62 auf 68 Millionen während die Ostdeutschlands von 15 auf 12,6 Millionen fiel und das ist auch ein Trend der wird sich vermutlich fortführen solange es jetzt nicht irgendwie wirklich noch große Migrationswellen gibt und das ist natürlich auch was was sich dann in der Zahl der möglichen Wähler niederschlägt das ist eine ganz konkrete Machtfrage für die politische Rechte ich meine es gibt ja auch jetzt abseits der AfD diesen Trend dass Nazis Westdeutschland aufgeben und einfach alle in den Osten ziehen haben wir auch bei uns in Dortmund viel das Phänomen dass die ganzen Kader in den Osten gezogen sind und das ist halt einfach eine ganz große Frage für die AfD und die gesamte politische Rechte selbst wenn man jetzt wirklich Ostdeutschland komplett kontrollieren würde macht das halt immer noch einen Bruchteil von dem aus was Deutschland im Prinzip ist und wie wir alle auch gelernt haben in unserer Annexion der DDR Folge wird ja der Osten im Prinzip von Westen aus regiert das stimmt aber was ich denke was trotzdem dabei bedacht werden muss ist dass wenn man diverse Landestage dominiert und auch Ministerpräsidenten stellt man trotzdem auch einen überproportionalen Einfluss auf die Bundespolitik nehmen kann und es nicht einfach nur um die absoluten Wählerzahlen wie ich das gerade einmal angesprochen habe geht sondern auch eben natürlich um die Kontrolle der einzelnen Teile Deutschlands also dann wollte ich jetzt nicht die Gefahr für unsere ostdeutschen Genossinnen und die Menschen in Ostdeutschland die jetzt von so einer Regierungsbeteiligung oder Regierungskontrolle gar für den Osten ausgeht jetzt irgendwie herunterspielen oder so na nein das würde ich dir auch gar nicht unterstellen sondern ich würde das auch nochmal explizit eben auf die Bundespolitik beziehen wo eben diese Kontrolle dann auch nochmal wie gesagt einfach einen Einfluss nimmt der auch über jetzt die ganz direkte Landespolitik dann hinausgeht und auch überproportional zur Bevölkerung aber ich glaube dass darüber hinaus auch einfach noch eine Sache ist die dabei bedacht werden muss dass auch diese Wahrnehmung als ostdeutsche Volkspartei immer wieder auch negativ von diversen anderen Kreisen in Westdeutschland aufgegriffen wurde um eben auch die AfD zu verunglimpfen es gibt ja sowieso auch dieses Ossi feindliche Bild in Westdeutschland was ihn dann eben ausmacht als jetzt der autoritäre Ossi der einfach hier nur wieder seine Protestpartei wählen will und der sowieso auch so einen Hang zu Faschismus Neonazismus und generell jeglichem Totalitarismus hat und auch einfach nur ach das ist so dieser abgehangene arme Deutsche so und ich glaube das ist auch tatsächlich ein Bild was teilweise in so sozialchauvinistischen konservativen Kreisen in Westdeutschland dann auch teilweise greifen kann so weil das ist dann könnte man fast so wahrnehmen wie so konservative damals in der Weimarer Republik gerade eben aus diesen traditionellen aristokratischen Kreisen sich dann auch mal so ein bisschen über die Nazis eben beömmelt haben oder die als verächtlich angesehen haben weil sie eben mit der SA ja diese Straßenkämpfer Truppe und dieses grobe in die Parlamente und diesen proletarischen Geist in die Parlamente und den Kleinbürger die Parlamente getragen haben und ich glaube das kann tatsächlich auch natürlich zu einem gewissen zu einem deutlich geringeren Grad was einfach ganz unterschiedliche Ausgangspositionen sind auch der AfD zum Verhängnis wenn das viele konservative in Westdeutschland ab einem bestimmten Punkt einfach sagen dass eben mit dieser starken ostdeutschen Prägung das geht uns einfach zu weit und mit möglichen Parteineugründungen haben wir eben andere Sachen wo wir dann vielleicht wieder mehr Interesse dran haben aufgrund natürlich dieser tatsächlichen stärkeren rechtsradikalen Prägung durch eben die Stärke der ostdeutschen AfD kommt es auch nicht nur innerhalb sondern auch außerhalb der Partei zu immer stärkeren Konflikten und da dann eben auch zum Konflikt innerhalb der europäischen Rechten in europäischen Rechten gibt es schon länger eine Diskussion um die AfD vor allem unter den Parteien der Fraktion Identität und Demokratie im europäischen Parlament seit dem Remigrationstreffen am 25. November 2023 gab es da faktische Überlegungen des Ausschlusses der AfD gerade von Marie Le Pen welcher die französische Präsidentin werden möchte und sich von Forderungen nach der Ausbürgerung von Migranten scharf distanziert hier finde ich immer ein bisschen schwierig zu werten passiert das jetzt auf Grundlage von strategischen Gründen weil man eben selber sich davon so ein bisschen für seine Wählerschaft halt distanzieren möchte oder passiert das auch aus faktischen inhaltlichen Gründen weil man halt sagt es geht mir wirklich zu weit so war das nicht gedacht mit meiner rechten Politik hier im Land immer ein bisschen schwierig zu werten sowas aber es zeigt trotzdem dass in der heutigen Zeit es eben nicht mehr so einfach ist einfach so faschistische totalitäre Pläne wie das jetzt bei diesem Geheimtreffen passiert ist einfach so mal diskutiert dann kommt das raus und dann sagen alle so ah ja okay war jetzt nicht so ein Problem oder so lass mal einfach weiter zur Tagesordnung übergehen es gibt da nicht nur Widerspruch aus der liberalen Gesellschaft und es gibt sogar Widerspruch aus rechten anderen Kreisen die sich dann da von dem politischen Schaden der davon auch tatsächlich ausgegangen ist ja bewahren wollen ja und die Diskussion um die Frage dieser Abgrenzung von anderen europäischen Rechten von der AfD wird auch tatsächlich in der AfD oder in AfD nahen Kreisen selber geführt und ich finde eigentlich tatsächlich auch die Herleitung die sie da haben gar nicht mal so unplausibel also da wird beispielsweise dann bei so Parteien wie dem Rassemblement National in Frankreich oder in Fratelli d'Italia oder auch der Lega in Italien oder FPÖ von einer Melonisierung gesprochen das haben die eben benannt nach Giorgia Meloni von der Fratelli und es geht dabei dann um aufweichen rechtsradikaler Positionen einer Partei und vor allem auch radikaler Lösungen Migrationsfragen sobald sie an der Hebel der Macht sind da würde ich eben dann auch recht geben wie die das charakterisieren dass das einfach auch aufgrund jetzt von Machtüberlegung passiert so wie du das angesprochen hast das finde ich auch deutlich plausibler als es das ist einfach so einen kompletten inhaltlichen Wandel da drin gibt aber was ich ganz spannend finde was jetzt die AfD nahen Kreise oder auch jetzt beispielsweise Martin Sellner der dazu geschrieben hat dann auch ausmachen ist eben dann auch irgendwann ein reiner Bezug auf die eigene Nation zulasten der anderen europäischen Länder das finde ich hat Martin Sellner tatsächlich auch dann ganz gut beschrieben warum es dann auch gerade in bestimmten Staaten diese Tendenz dazu gibt dass es nämlich denen möglich ist dass Migranten aus Süd- und Osteuropa auf Kosten Deutschlands durchgewunken werden können weil man eben die Möglichkeit des Weiterzugs hat und sie dann nicht vor Ort bleiben können ja wenn euch das noch intensiver interessiert das hat auch tatsächlich in einem Sezessionsartikel auch mal die Infobox getan haben dann beschrieben was da mit Melonisierung gemeint ist das zeigt uns ja auch dass das eine tatsächliche Problematik nochmal auch besonders der AfD sein kann die dann auch so eine allgemeineuropäische Lösung für so diese Remigrationsfantasien und eben diese besondere Migrationsfrage in Deutschland dann sieht. Über Tage verlinkt Martin Sellner Texte in der Infobox jetzt sind wir endlich bei deinem optischen Klon angekommen lieber. Ich muss da aber auch immer betonen er hat mich kopiert. Ja richtig er hat sowieso ein Problem damit hast stell dich. Falls er es noch schafft hier hinzukommen er hat ja aktuell Probleme nach Deutschland zugelangen. Oh ja dann wird er wahrscheinlich dann als krimineller Ausländer wieder nach Österreich abgeschoben. Krimineller Ausländer verprügelt seinen optischen Klonen in Dortmund oder so werden die Schlagzeile dann wahrscheinlich. Wir werden ein bisschen albern nach über vier Stunden Aufnahme glaube ich. Aber kein Wunder dass bei zunehmender Radikalisierung selbst gegenüber den in Deutschland stark kritisierten europäischen Rechten von den anderen Parteien die AfD gemieden wird. Das ist ja auch eine perfekte Überleitung zu der Brandmauer welche die nicht rechten Parteien in Deutschland gegenüber der AfD aufgebaut haben. Wie ist also das Verhältnis der anderen parlamentarischen Parteien gegenüber der AfD? Das ist das letzte Problem der AfD das wir jetzt behandeln werden. Die Brandmauer ist ja das zentrale Element der Diskussion wie man mit der AfD umzugehen hat in den Medien im demokratischen Diskurs. Es ist ein Begriff aus dem Häuserbau der eine Mauer beschreibt die das übergreifen von Feuer von einem Gebäudeteil auf einen anderen verhindern soll. Heißt also die Gefahr der AfD beziehungsweise von rechts soll durch einen Boykott der Zusammenarbeit oder Interaktion gebannt werden. Die Frage ist jetzt ist das ein realistisches Bild oder wie beeinflusst das die AfD überhaupt? Eine Zusammenarbeit von CDU und den Einzelfällen mit der SPD gibt es auf kommunaler Ebene schon länger im Gegensatz zu dem klaren Boykott auf Bundes- oder Landesebene. Gerade in Ostdeutschland finden sich etliche Beispiele von einer solchen Zusammenarbeit. Hier findet ihr auch eine ausgewählte Liste davon in der Infobox vom Kommunal-Wiki. Diese Zusammenarbeit wird intern in den Parteien scharf kritisiert und nach außen ignoriert. Die großen Diskussionen um die Brandmauer spielen sich aber auf der Landes- beziehungsweise Bundesebene ab. Zentral in dieser Diskussion war die Regierungskrise in Thüringen. Nach der Landtagswahl 2019 konnte aufgrund der besonderen Zusammensetzung des Landtages Linke mit 31 Prozent, AfD 23, CDU 21, SPD 8 Prozent und Grüne sowie FDP je 5 Prozent keine gängige Mehrheitskoalition gebildet werden. Und nach dem Versuch einer Neuauflage von Rot-Rot-Grün wurde überraschend Thomas Kemmerich, Rechtsliberaler in der FDP, mit vereinten Stimmen von CDU, AfD und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Trat zwar schon drei Tage nach seiner Wahl zurück, es zeigt aber generell die Problematik in der überkommunalen Politik mit AfD selbst als Stimmenbeschaffer zusammenzuarbeiten. Auch wenn die passenden Bündnispartner CDU und Freie Wähler bislang eine Zusammenarbeit ausschließen, wird mit Blick auf die erwarteten hohen Landtagswahlergebnisse heiß diskutiert. Wie verhält sich jetzt zum Beispiel das Freie Wähler-Gesicht Hubert Aiwanger? Er spricht sich zwar in Interviews gegen die Zusammenarbeit mit der AfD aus, da sie nicht bürgerlich sei, keine Erfahrung und keine kommunale Basis habe, aber dieses Jahr tobte mit Blick auf den Bundesparteitag eine starke Debatte über die Kooperation mit der Partei. In der CDU zum Beispiel wird gerade im Osten über eine landespolitische Zusammenarbeit mit der AfD diskutiert, während März nach Äußerungen, die eine offene erste kommunale Zusammenarbeit letztes Jahr andeuteten, wieder zurückzog. Also es ist unklar, wie diese Debatte nach den möglichen Wahlerfolgen dieses Jahr sich ändern könnten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich diese Diskussion in den neu gegründeten Parteien vollziehen wird. Zum Beispiel Sarah Wagenknecht hat mit ihrer neuen gegründeten Partei BSW eine Zusammenarbeit klar ausgeschlossen. Aber zum Beispiel bei der Partei von dem früheren Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen, welcher aus der Werteunion entstanden ist, bleibt die Position noch abzuwarten. Also Hans-Georg Maaßen hat sich ja so politisch sehr klar eigentlich geäußert, dass er da sich keine Zusammenarbeit, egal in welche Richtung, verbieten lassen möchte und eben nicht diese Brandmauer-Politik eigentlich verfolgt. Das ist ja auch einer der wesentlichen Unterschiede, wenn man mal ehrlich ist, zur CDU, dass man sich das halt auch tatsächlich dann offen halten möchte, mit der AfD zu koalieren. Und es gibt auch sehr, sehr viele klare politische Äußerungen von Maaßen, wie zum Beispiel, dass einflussreiche antideutsche Kräfte sich gegen Deutschland verschworen hätten, um den Volkstod herbeizuführen, wo es einfach krasse Parallelen zur AfD gibt. Es wird aber auch vermutet, dass die neue Partei auch vom Becken wird für diejenigen, die sich eben dann nicht mehr von der AfD vertreten fühlen, eher libertäre, christliche, fundamentalistische Leute, die dann auf der AfD wieder rausgehen. Also da muss man auch natürlich abwarten. Wir erleben ja auch gerade eine generelle Polarisierung des Parteiensystems, wie sich das jetzt alles mit BSW und der neuen Partei von Maaßen halt so weiterentwickeln wird. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir, anstatt immer auf die Brandmauer zu setzen, wie sie von den bürgerlichen Parteien hochgehalten wird und dabei nach und nach nur zu einem weiteren, nicht zu unterscheidbaren Stein in dieser Brandmauerpolitik im Bündnis mit den bürgerlichen Parteien werden, sollten wir uns darauf besinnen, das Brennmaterial wegzuschaffen, das notwendig aus diesem System entsteht, für das die AfD eine Alternative sein möchte. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt heute, ein Plan gegen die AfD. Ja, dieser muss, wie so viele andere Sachen auch, auf fünf Säulen stehen. Beginnen wollen wir dabei mit einer Analyse der AfD. Es ist fundamental wichtig, die AfD wirklich aus ihrem Kern heraus zu verstehen. Und damit kann diese Folge hoffentlich einen ersten guten Beitrag leisten. So, es ist normal, dass wir ab und zu Begriffe wie Nazi als Polemik verwenden. Aber solche Falschcharakterisierung der AfD können erstens leicht von ihnen selber widerlegt werden und für eigene Propaganda genutzt werden. Zweitens nehmen solche Vorwürfe nach und nach jegliche Schärfe, weil sie schlichtweg nicht treffend sind. Das ist ja auch was, was wir immer wieder merken. Einfach nur ein Plakat hochzuhalten, was die AfD gleich mit dem Dritten Reich setzt, das trifft die Leute nicht. Die machen sich darüber lustig und ganz viele Leute sagen auch, naja, wenn ich mir jetzt tatsächlich einfach mal die Flyer von der AfD angucke, wenn ich mir jetzt mal eine Rede von dem AfDler angucke, dann ist das einfach was fundamental anderes, als was im Dritten Reich passiert ist. Und es führt uns auch zu absoluten Fehlschlüssen über das, was passieren wird, wenn es zu einer AfD-Regierung kommt und auch natürlich, wie wir dagegen strategisch handeln müssen. Ich finde, diese strategischen Fehlschlüsse zeigen sich dann auch aus einer falschen Analyse immer wieder. Das ist auch die Sache. Wir müssen die AfD aus sich heraus selber verstehen, aus ihren eigenen Publikationen, aus den Aussagen ihrer Politiker und aus ihrem politischen Handeln und nicht aus Vorwürfen ihrer liberalen Gegner oder einfach irgendwelchen Polemisierung. Und das ist halt auch das Problem. Das ist auch ein Problem mit so vielen anderen Sachen, wenn wir eben über unsere politischen Gegner sprechen, aber auch Leute, ja, von denen wir uns auch einfach politisch unterscheiden. Ganz häufig vertrauen wir auch beim islamischen Fundamentalismus, beim klassischen Faschismus, beim Neonazismus, aber auch bei Konservativen und bei Liberalen, zu denen wir klar in fundamentaler Opposition stehen, machen wir uns nicht die Mühe, die eigenen Publikationen der Leute zu lesen. Und abseits von dem Lesen und dem Verstehen von den Sachen, die die Leute selber veröffentlichen und die sie vertreten, ist es auch wirklich wichtig, konkret mit Unterstützern an der Basis oder den Wählern zu diskutieren. Gerade in der eigenen Familie, in der Schule, im Freundeskreis oder auf der Arbeit. Und das ist halt auch so eine Sache. Bei absoluten, wirren Minderheitenpositionen kann man sich das erlauben, dass man sagt, ich möchte jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn wir von der AfD sprechen, dann sprechen wir nicht mehr von irgendwie einer kleinen Kameradschaft, von ein paar versprengten Leuten, dann sprechen wir von einer wirklichen Massenpartei und einer wirklichen Partei, die auf dem Weg dazu ist, in vielen Teilen des Landes, allen voran in Ostdeutschland, zu einer Volkspartei zu werden. Das finde ich auch immer so krass. Es gibt immer wieder diese Äußerung von links, die dann warten, bis eben das neue Wahlergebnis kommt und dann sagen, ah, mit zwei von zehn Leuten in Deutschland kann man nicht mehr reden. Mit drei von zehn Leuten in Deutschland kann man nicht mehr reden, weil so und so viele Leute die AfD gewählt haben. Das wird nicht zu einem Erfolg der AfD führen. Und das wird auch nicht dazu führen, dass wir verstehen, warum so viele Leute die AfD ansprechend finden, als Lösung für ihre Probleme sehen. Weil nur wenn wir mit den Leuten im Gespräch bleiben, können wir diese Partei wirklich verstehen und können wir auch wirklich darlegen, warum unsere Positionen die bessere Alternative für ihre Interessen sind. Und was man sich dabei immer vergegenwärtigen muss, ist so, die Leute aus seinem Freundeskreis, seiner Familie etc., die sich halt damit beschäftigen, was sie sagen, die sich die Reden anhören, die sich die Texte durchlesen, die kennen halt die Position von der AfD. Oder zum Teil zumindest kennen sie sie, weil die Leute haben ja nicht alles immer gelesen oder so oder komplett verstanden in dem Sinne, was da passiert. Aber trotzdem können die dann ja, auch wenn du dann halt einfach plump sagst, das ist einfach nur Nazi-Scheiße, können die darauf ja viel besser reagieren und antworten als du selbst, wenn du das einfach machst. Und wie willst du dann halt diese Leute dann da wieder rausziehen? Es muss ja darum gehen, Leute da rauszuziehen. Es sind halt Millionen von Menschen. Wenn wir es mit Revolution ernst meinen, müssen wir diese Leute halt erreichen und da halt wieder rausbekommen. Und das können wir halt nur, indem wir auf Augenhöhe mit den Menschen über das, was die AfD sagt, meint und tut, sprechen und aushandeln. Und das können wir eben nur vernünftig machen, wenn wir die AfD selber verstehen lernen. Die zweite Säule ist die außerparlamentarische Politik. Wir haben in diversen Folgen über die Notwendigkeit außerparlamentarischer Politik in Gewerkschaften, in der Nachbarschaft, auf Straßenprotesten aufmerksam gemacht und sie zum zentralen Motor von gesellschaftlicher Veränderung charakterisiert. Diese Arbeit ist erheblich nachhaltiger und weit weniger großen Schwankungen unterworfen als die linke Szene Feuerwehrpolitik, die dominierend ist in der aktuellen Zeit. Wir müssen uns nicht auf das Wohlwollen der regierenden Parteien verlassen und hoffen, dass sie ohne Bindung an Wahlversprechen tatsächlich das tun, was wir uns von ihnen erhoffen. Es liegt halt eben in unseren Händen, in unserer Kraft. Natürlich nicht komplett, weil auch soziale Bewegungen den allgemeinen Ereignissen und auch die Nachbarschaft von zum Beispiel einem Wohnungskonzern beeinflusst wird, aber vielmehr eben in unseren eigenen Händen, was innerhalb von solchen Bewegungen und Basisorganisierungen passiert. Außerdem steckt in selbstorganisierter außerparlamentarischer Politik eine viel stärkere Erfahrung der konkreten Erfolge, der Wahrnehmung, dass wir selber als Arbeiter in das Volk wirken, zusammen uns ermächtigen, zusammenspüren, dass wir die Dinge verändern können, anstatt uns nur von irgendwelchen Hanseln repräsentieren zu lassen und Hoffnungen in die zu stecken, dass die schon für uns richten werden. In diesem Verständnis dieses alltäglichen Kampfes als widerständiges Volk, einem linken Volksbegriff folgend, wie wir ihn in unserer Folge zu Volk und Demografie verwendet haben, kann dieser auch wieder eine positive Identifizierung werden, ein Verständnis, was anders ist als Teil einer parlamentarischen Staatspolitik, sondern eines widerständigen Kampfes von unten gegen oben, von Arm gegen Reich, von links unten gegen rechts oben. In so einem Kampf, der nicht nur auf Wahl von großen Köpfen basiert, kann dann auch wieder eine selbstbewusste Klassenidentität gebildet werden. Das bringt uns zu der dritten Säule, die Schaffung einer revolutionären Identität. Die Frage von Identifizierung und kultureller Zugehörigkeit zu einer politischen Strömung, auch abseits jetzt einfach von den konkreten Inhalten, das ist ja auch was, was wir aus unterschiedlichen Perspektiven auch explizit am Anarchismus in Deutschland aktuell charakterisiert haben. So, wir sehen ein fehlendes Interesse bei Nicht-Akademikern für Anarchismus, aber generell natürlich auch für linksradikale Ideen. Wir haben häufig eine sehr schlechte Verankerung in den Vierteln, denen wir wirken und die wir auch als unsere Kieze teilweise bezeichnen. Es gibt eine sehr, sehr starke subkulturelle Prägung, hier auch noch im Besonderen mit dem Anarchismus im Zusammenhang mit der Punk-Subkultur. Wenn wir uns hingegen die AfD anschauen, dann sehen wir, wie sie nach und nach bei Fragen der Identität punkten konnte. So gerade bei dem Revival regionaler und nationaler Identität bei jungen Männern konnte sie anschließen. Das ist auch eine Sache, die größer auch mit Internetkultur, mit neu rechten Denken zusammenhängt. Auch eine Sache, die gerade mit ihrem Wirken als ostdeutsche Volkspartei nochmal besonders stark sich in Ostdeutschland entwickelt hat. Hier ist auch die Zusammensetzung der beiden Teile Deutschlands einfach wichtig für uns zu beachten. Wir können halt nicht ignorieren, dass es in Ostdeutschland einfach eine mehrheitlich biologisch-deutsche Gesellschaftszusammenfassung gibt, die halt ihre entsprechenden Erfahrungen von Ausbeutung, Verelendung in dieser ganzen Ost-West-Entwicklung gemacht hat, auf die heruntergeschaut wurde. Und das muss man doch halt entsprechend aufgreifen als Linke. Wir brauchen eigentlich zwei Klassenanalysen und zwei Verständnisse und zwei Herangehensweisen für dieses Land. Eine ostdeutsche und eine westdeutsche. Ja, darüber hinaus ist es ja auch einfach, wenn wir uns das Gesamtdeutsch anschauen, dass radikale Linke sich der Realität sehr, sehr ungern stellen und das ungern hören, dass eben für die meisten Deutschen, genauso für die meisten deutschen Migranten der Positivbezug auf die eigene Nationalität, Kultur und Sprache selbstverständlich ist. Und deswegen auch so eine eher herablassend verächtliche Haltung gegenüber der eigenen Lokal- und Nationalkultur einfach wenig ansprechend ist. Und daraus führt, glaube ich, auch häufig so ein bisschen diese Wahrnehmung von der radikalen Linken als ein Eliten- und Akademikerprojekt. Das hängt natürlich auch einfach mit der realen Zusammensetzung zu tun und dem häufigen akademischen Duktus. Aber es ist nun mal auch so eine Sache, dass jetzt so ein Weltbürgertum oder wahlweise dann in liberaleren Kreisen auch einfach so ein Positivbezug auf EU-Identität oder auch einfach nur eine subkulturelle Abgrenzung und eine Rebellion gegen das autoritäre Volk primär eben auch eine Sache ist, die für akademische Kreise ansprechend ist. Das führt auch dazu, dass die AfD eben in ihrer rechtspopulistischen Politik die Linke als Zitat volksfeindlich und auf Seite der Regierung darstellen kann. Jetzt muss die Frage eben sein, wie wir mit dieser Problematik umgehen. Denn die Sache ist die, es wird eine identitätspolitische Strategie von der Linken, genau wie von der Rechten formuliert. In der Linken stellt sie sich eben so dar, dass sie große Erzählungen aufmacht und eine positive Identität für verschiedene marginalisierte Gruppen absolut zurecht schafft. Nur es muss halt auch eben, um für breite Teile der Bevölkerung auch attraktiv zu sein, eine Identität für die ganzen Teile, die jetzt von der AfD angesprochen werden, geschaffen. Die fast unlösbare Aufgabe besteht jetzt eigentlich darin, nicht in ein möglicherweise reaktionär abrutschenden Linksnationalismus zu verfallen, der marginalisierte Gruppen als störend Friede klein hält und ausschließt, sondern eine nicht künstlich wahrgenommene neue Arbeiterkultur mit unverkrampftem Einbezug deutscher Lokalkultur zu schaffen. Welche positiv auch die Momente der deutschen Revolutionsgeschichte hervorhebt und somit eine große Erzählung schafft, die eingebunden werden kann in die revolutionäre internationale Arbeitergeschichte. Und wenn euch auch dieses Thema von Identität, deutscher Geschichte, revolutionäre Haltung mehr interessiert, das ist auch was, was wir beispielsweise in unserer Folge zu den deutschen Bauern versucht haben oder auch schon in der Folge zu dem deutschen Nationalismus intensiver besprochen haben. Ich finde auch die große Kontroverse um solche Fragen der deutschen Identität zeigen uns auch, wie verhangen wir oft in den liberalen Diskursen sind und zeigt uns, wie sehr wir wieder auf eigene Antworten auf die Fragen unserer Zeit setzen müssen. Das ist die Säule 4. Denn wenn wir nur die Position der AfD kritisieren und die bestehenden Institutionen nicht im gleichen Maße ablehnen, wird die radikale Linke nie als wirkliche Alternative wahrgenommen werden. Zum einen zeigte sich dies in fehlenden Strategien in den großen Krisen von Corona über Ukraine-Krieg, aber auch jetzt ganz aktuell die großen Bauernproteste. Aber auch eben in längerfristigen Fragestellungen. Beispielsweise, wie wenig wir das Thema der Sicherheitspolitik behandeln. Radikale Linke kritisieren zu Recht die Problematik der Institutionen Polizei, aber ohne weitreichend realistische Szenarien für einen Übergang von der aktuellen Sicherstellung der Sicherheit durch eine stark ausgebaute Polizei hin zu einer anderen Form der Sicherheitspolitik anzubieten. So wird die Linke von vielen Menschen einfach nur noch als zusätzliche Belastung in Zeiten wahrgenommen, in der man in manchen Kriminalitätsfeldern steigende Unsicherheit wahrnimmt. Linke, das heißt für viele Fuck Cops und ACIB. Stattdessen müssen wir doch konkrete eigene Lösungen, wie zum Beispiel ein systematisches Konzept von demokratischen Nachbarschaftswachen mit Schlichtungskompetenzen überlegen. Eine Verlagerung von polizeilichen Aufgaben auf spezialisierte SozialarbeiterInnen mit genereller Kritik an der Kriminalität, die durch den Kapitalismus herbeigeführt werden. Im Jetzt müssen wir an konkreten Lösungen arbeiten und auf die Unzuhänglichkeiten verweisen, die natürlich auf der einen Seite von diesem System ausgehen mit ihren angeblichen Lösungsvorschlägen, aber auch, dass wir halt eben aufzeigen, dass unsere Lösungen im Jetzt natürlich auch fehlerhaft sind und auch wahrscheinlich in Zukunft in einer gesellschaftlichen Umsetzung nicht perfekt sein werden, aber es auf jeden Fall den Versuch wert ist anhand der chaotischen Zustände, welche diese Herrschaft hervorbringt, die er vermeintlich die Ordnung schaffen soll. Und das bringt uns natürlich auch zu unserer fünften Säule, unseren eigenen Utopien, denn diese Ansätze, die wir eben jetzt schon versuchen aufzubauen, Alternativen zu diesem System zu schaffen, Menschen dazu anzuregen, Dinge ganz anders zu betrachten und aus neuen Blickwinkeln zu sehen, das geht nur mit einem Ausblick auf eine andere Gesellschaft. Und ich glaube, hierbei wird von Linken häufig vergessen, wie wir jetzt auch dargelegt haben, wie stark die AfD mit gerade nochmal besonders im populären rechtsradikalen Flügel, aber auch darüber hinaus, mit konkreten Utopien und Dystopien arbeitet. Die AfD sieht sich selber als letzte Hoffnung für Deutschland im entscheidenden Endkampf. Entweder wird Deutschland als homogener Staat mit innerer Einheit aus Volk, Nation und Staat wiedergeboren oder geht unter in Krieg, Korruption und multikultureller Hölle, Grund von verblendeten Ideologen und globalen Strippen zieren. Das ist halt auch einfach eine Erzählung, das kann keine andere Partei bieten. Und ja, selbst die radikale Linke tut sich in Deutschland immer wieder schwer, wie wir auch in unserer hundertsten Folge bei unserem Weg zur Revolution kritisiert haben, mit konkreten Utopien. Sie teilt zwar und ergänzt konkrete Dystopien, wie wir sie auch im Liberalismus finden, also Faschismus, Klimakatastrophe, Weltkrieg etc. durch ein stärkeres Verurteilen des Kapitalismus, aber die eigenen Utopien bleiben häufig so vage, dass sie dem gegenüber wie so ein unerreichbares Schlaraffenland rüberkommen. Das passiert ja auch häufig wegen eines Bilderverbots, wo sie dann gar nicht mehr erklärt werden oder dann anhand der Organisierung des Putzplans in der lokalen linken Kneipe als erstes Beispiel des neuen Gesellschaftsentwurfs dargestellt werden müssen. Das ist halt die Sache, wir werden niemanden überzeugen, wenn wir nicht erstens uns diesen Vorstellungen von dem immer nahenden apokalyptischen Endkampf verwehren, weil er grundsätzlich zu falschen Hoffnungen und falschen Schlüssen führt. Ich wollte dazu auch gerne nochmal unsere 107. Folge, in der wir die apokalyptische Ideologie kritisieren. Zweitens, wenn wir nicht eine tatsächliche, konkrete Vorstellung haben, was nach dem Kapitalismus kommen soll, mit all seinen Problemen und Widersprüchen, aber auch konkreten Lösungen, die daraus entstehen müssen. Dann nochmal, wie gesagt, unsere 100. Folge, wo wir wirklich diese Transformation auch dargestellt haben, wie sie in Deutschland aussehen könnte. Weil am Ende ist es so, nur wenn wir so einen Plan haben, nicht mehr nur gegen eine rechte Alternative, sondern auf eine eigene Transformation der Welt hin arbeiten, dies auch logisch und schlüssig und verständlich so formulieren, dass unser Gegenüber nicht mehr sagt, ja, das wäre ein schöner Traum, sondern, alles klar, wo fangen wir an? Dann und nur dann können wir auch eine reale Alternative zum bestehenden System und seinen falschen Alternativen sein. Und das ist auch unser Schlagwort in Anbetracht dieser breiten Kämpfe, wie sie aktuell und die letzten Wochen gegen die AfD geführt werden. Wir wollen euch motivieren, über diesen Protest hinaus zu gehen. Es gibt keine Alternative zu unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen. Wenn wir dabei stehen bleiben, einfach nur, wenn es mal wieder eine besonders katastrophale Nachricht gibt, wie mit diesem Geheimtreffen, dann in einem großen Bündnis mit denen, um in der Sprache der Rechten zu verweilen, Altparteien auf die Straße gehen, dann werden wir niemals, niemals diese Entwicklung des Rechtsrucks aufhalten. Wir werden immer nur vielleicht eine punktuelle Verzögerung, eine punktuelle Schwächung der besonders hartnäckigen Kräfte dieses Rechtsrucks in Form der AfD an diesem Beispiel erreichen können. Und deshalb müssen wir endgültig, und das macht es vielleicht ein wenig auch als eine halb apokalyptische Aussage, denn es stimmt halt, die Zeiten sind ernst. Da müssen wir uns nichts vormachen, das wissen wir alle. Wir stehen nicht vor dem nahen Untergang, wir stehen nicht vor dem Faschismus, aber wir stehen mittlerweile in einer Phase, wo wir nicht mehr in einer Situation uns befinden, wo alles einen ruhigen Gang geht, wo wir in Ruhe unser Ding machen können, wo wir in Ruhe über irgendwelche kleinteiligen Auseinandersetzungen innerhalb der linken Szene führen können. Es ist verdammt nochmal Zeit, jetzt endlich ernst zu machen, mit unseren Anliegen gesellschaftliche Gegenmacht aufzubauen. Nur in diesem Sinne, wenn wir uns organisieren und zusammenschließen und damit anfangen, können wir auf Dauer eine Alternative zu diesem System und den Nazis, den Rechten und auch der faschistischer werdenden AfD etwas entgegensetzen. Und das bedeutet eben auch, im Kontext der AfD, dann als organisierte Kräfte, die nicht mehr klein und marginalisiert sind, eine vernünftige Strategie zu entwickeln, wie wir den antifaschistischen Kampf auf die AfD anwenden. Denn es ist doch überdeutlich klar geworden aus dem Gesagten, der Kampf gegen die AfD, das ist kein Kampf gegen eine lokale kleine Nazi-Bande, das ist ein Kampf gegen eine Organisation, gegen eine Partei, deren Millionen Menschen anhängen, den ganz normale Nachbarn und Nachbarinnen von uns anhängen, die aus unterschiedlichen Gründen diese Partei wählen. Und es wird halt immer mehr eine Volkspartei, deswegen müssen wir unsere Strategie und sehr rangehensweise, müssen wir doch anpassen auf diese Situation. Wir können nicht einfach so weitermachen mit, wir isolieren diese Leute, wir halten diese Leute klein, indem man nicht mal mit ihnen spricht etc. pp. Klar, man muss gegen die harten Akteure, gegen die harten Kader von denen auch in der klassischen Antifa-Manier mal vorgehen. Alles keine Frage. Aber wir dürfen niemals dabei stehen bleiben. Wenn wir das weitermachen, dann trägt diese antifaschistische Kleingruppenstrategie von gestern doch nur zu dem Erfolg von der faschistischen Machtnahme bei. Nur wenn wir daran arbeiten, dass Antifaschismus wieder massenfähig wird und zwar revolutionär von unten, haben wir eine Chance. Okay Leute, das waren jetzt fünf Stunden Aufnahme bei uns auf dem Tacho. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden Joshua verbracht hat mit der Struktur für die heutige Aufnahme. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich jetzt gleich im Schnitt sitze. Wir haben Freitagnacht und Sonntag um 11 Uhr, um 12 Uhr muss die Folge raus. Also ich werde das wahrscheinlich nichts mehr anders machen. Weiß nicht, ob ich noch schlafen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, Joshua hat dieses Buch von Höcke gelesen, für euch. Joshua hatte das Parteiprogramm der AfD gelesen, für euch. Honoriert das. Wir wollen bare Münze sehen. Es war eine Scheißarbeit, das zu verwirklichen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr das verbreitet, wenn ihr es all euren Freunden, Familienangehörigen und AfD-Wählern zeigt und wenn ihr, wenn ihr habt, ein, zwei, drei Euro an uns rüber wachsen lasst oder bei uns im Merch vorbeischaut. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Ich so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal. Erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Über-Tage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Unsere heutigen Empfehlungen sind auf der einen Seite, beschäftigt euch auch mal mit der Perspektive des Feindes. Es lohnt sich immer wieder in konkreten Kämpfen, egal ob es jetzt gegen irgendeinen Wohnungskonzern, gegen irgendeine Partei oder irgendeine faschistische Gruppe, wirklich mit den Inhalten dieser Leute auseinandersetzen. Das nicht einfach nur abzutun. Das schärft unser Verständnis, dem wir gegenüber haben. Als zweites wäre das, um daran anzuschließen, die AfD aus ihren eigenen Aussagen heraus zu verstehen, etwas leichtere kostet, nämlich der Podcast vom Westdeutschen Rundfunk, die Jagd, die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion, in dem eben anhand der geliebten Chat-Verläufe der AfD-Bundestagsfraktion, ihrer WhatsApp-Gruppe, die inhaltlichen Positionen, aber auch die teilweise sehr spannenden internen Streitigkeiten der AfD während ihrer ersten Amtsperiode dargelegt werden. Und das dritte wäre das ein Buch, was gerade in der Ausarbeitung des Geschichtsparts sehr hilfreich war und einen guten Überblick über die AfD als Partei gibt, nämlich die AfD und ihre Mitglieder eine Analyse mit Auswertung einer exemplarischen Mitgliederbefragung kessischer Kreisverbände von Hubert Kleinert erschienen im Springer Verlag. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.